Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 274. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmystress Alexa. Dankeschön. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Hallo ihr da draußen und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und wir haben einfach zu viel zu tun. Das müssen wir einfach mal festhalten. Es sind gerade so viele Sachen zu machen, zu tun, zu erledigen. Und ich habe ja auch noch diese Unart, dass ich noch einen Job habe. Das ist einfach nicht gut. Ich könnte eigentlich jetzt nur noch podcasten. Trotz allem, bevor wir einsteigen, damit ihr endlich wieder ein neues, originäres Hoaxilla-Thema zu hören bekommt. Nochmal kurz ein paar Punkte zur Folge 273, den Morgelons. Da zunächst mal vielen Dank für das viele positive Feedback. Viele haben gesagt, gut, dass ihr die Folge gemacht habt, kam genau zum richtigen Zeitpunkt, schlug gerade bei uns auf das Thema. Aber ich habe in der Eile, wie wir die Folge aufgenommen haben, etwas schnell und unpräzifisch gesprochen. Das wurde auch vielfach kommentiert, weil ich nämlich so etwas sagte wie, dass es gar keine Lebewesen oder Parasiten gibt, die unter der Haut des Menschen leben können. Und das ist in dieser Aussage natürlich gar nicht richtig, weil wir natürlich die Kretze zum Beispiel haben, das sind Parasiten, die unter die Haut gehen. Und es gibt natürlich, und da habt ihr einiges geschildert, auch gewisse Tropenfliegen, die ihre Nachkommen unter die Haut ablehnen können und so weiter und so weiter. Gemeint war typischerweise in unseren westeuropäischen Kreisen haben wir das nicht. Und die Kretze, das habt ihr aber auch nochmal gesagt, ist wieder auf dem Vormarsch bei uns und taucht immer mal wieder auf in Kindergärten und in Schulen. Also insofern sei das nochmal genannt. Und wenn ihr fragt, ich sage, es ist kommentiert worden und dann sucht ihr das, wo das kommentiert worden ist, nochmal der Hinweis, egal wo ihr uns hört, ob das bei Spotify ist, ob das bei Fio ist, ob das bei was weiß ich, wo wir irgendwo gerade gehört werden oder auch auf YouTube. Die Kommentare und Anmerkungen und auch immer die Quellen zu unserer Episode, wenn ihr selber noch nachlesen wollt und euch einarbeiten wollt, findet ihr auf der Internetseite hoaxilla.com und da könnt ihr dann auch selber kommentieren. Und da findet ihr auch immer die Anmerkungen, das ist aus einer Zeit, Hoaxilla, wir steuern gerade auf den 11. Geburtstag, nehme ich darauf zu, als es so etwas wie Spotify und so überhaupt noch gar nicht gab. Deswegen hatte man da sowas wie eine Homepage, wo kommentiert werden konnte und wo Dinge angemerkt werden konnten. Also das nochmal als Hinweis. Vielleicht nochmal kurz zur inhaltlichen Geschichte. Also klar, das mussten wir natürlich korrigieren. Sowas kann passieren und das ist auch wichtig, dass man das dann ganz transparent macht und sagt, dass das missverständlich bis falsch gewesen ist. Es ist natürlich ein bisschen so auch wie bei modernen Sagen. Also ich nehme jetzt das Beispiel die Aids-Spritze. Da gibt es ja auch viele moderne Sagen von der Aids-Spritze im Kinositz und all solche Dinge. Und wenn wir solche modernen Sagen erzählen und dann auch klar machen, dass es eine moderne Sage ist, die wir da gerade erzählen, dann kommen ganz oft Anmerkungen, dass es aber eine so ähnliche Geschichte in der Realität gegeben hat. Dass es zum Beispiel einen Fall gibt, wo Ärzte absichtlich Patienten infizieren und so. Also wo wirklich Verbrechen geschehen sind. Das ist tatsächlich so. Nur weil es dann reale Geschichten gibt, die sich dann auch meistens unterscheiden von diesem Fall in der modernen Sage, heißt das nicht, dass die moderne Sage eben vielleicht doch real ist. Sondern da muss man dann schon genau hingucken und trennen. Und wenn du das schon ansprichst, wir haben ja über die Glühbirne gesprochen, über diese Glühbirngeschichte. Auch da haben wir viele, viele Anmerkungen bekommen zu der ewig währenden Glühbirne, die es in den Vereinigten Staaten gibt. Und sofort natürlich den Hinweis auf die geplante Obsoleszenz von Produkten. Fernseher gehen ja immer genau dann kaputt, wenn genau eine Woche die Garantie vorbei ist. Das weiß man ja und das ist mit anderen Geräten genauso. Wir werden uns dieses Themas auch nochmal widmen. Und auch das ist ein Beispiel ganz genau für das, was Alexa beschrieben hat. Die Geschichte, wie sie sie beschrieben hat in der Folge, hat so nicht stattgefunden. Aber man kann zum Beispiel davon ausgehen, dass diese ewig währende Glühbirne, die in den Vereinigten Staaten in einer Feuerwache ja immer noch leuchtet. Also ehrlich gesagt funzelt sie nur noch ein bisschen, aber sie leuchtet noch. Da gibt es sogar eine eigene Webcam, das kann man sich alles anschauen. Das habt ihr ja auch wunderbar kommentiert. Das ist eben eine andere Geschichte, als das, was Alexa erzählt hat. Und in der Geschichte ist eben dieses Narrativ der Obsoleszenz drin und ob da was dran ist oder nicht. Das ist ein schönes Thema. Wir wollen uns das Thema auch nochmal anschauen. Also nur, wir haben das gehört, wir haben eure Kommentare gelesen, wir haben eure Anmerkungen gelesen. Und es ist schön, dass ihr das nach wie vor fleißig alle tut. Das ist übrigens auch eine Sache, die Rolf Wilhelm Brednig, der diese Sagen ja gesammelt hat über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinweg, immer wieder berichtet hat, dass er wahnsinnig viele Zuschriften eben genau in dieser Form bekommen hat. Ja, aber es gab doch da den und den Fall und das war doch das und das. Man muss ja immer sagen, ja, das stimmt. Aber erstens ist die Geschichte, die ich da aufgeschrieben habe, ein bisschen anders gelagert. Und zweitens ist das kein Grund, warum es nicht diese moderne Sage geben sollte, wenn es ähnliche, reale Fälle gibt. Also es lohnt sich bei dem Thema, wie gesagt, genau hinzugucken. Genau. Dann haben wir, was wir vielleicht anmerken können, gestern, nee, gar nicht vorgestern im Ferngespräch, ich bekomme völlig mit den Tagen, hat Tommy Krabbeis ein Charity-Shirt zu den Ferngesprächen präsentiert. Wir hängen ja ein bisschen nach, was die Publikation angeht, deswegen erwähnen wir das hier schon. Das heißt, es gibt jetzt ein T-Shirt mit unserem Konterfeis und dem Schriftzug Ferngespräch und einem Wildmix-Logo. Das kann man sich bestellen. Und der Anbieter Get-Shirts, über den Tommy das hat abwickeln lassen, mit der Steffi Engel, glaube ich. Das heißt ja auch wirklich Steffi Engel. Ich überlege gerade, ob das ein Zoolonym ist. Aber nein, die Erfinderin des Pummeleinhorns, die hat da nochmal Designhände ein bisschen angelegt. Und das Tolle an diesem T-Shirt ist, nicht, dass ihr nicht unter Umständen schon genug T-Shirts habt, aber alle Einnahmen, also 100 Prozent der Einnahmen dieses T-Shirts, gehen an die Flüchtlingshilfe des Deutschen Kinderhilfswerks. Denn gerade die geflüchteten Kinder sind die, die es am schlimmsten trifft. Und wer jetzt also dieses Shirt sich kauft, der kann damit die Arbeit unterstützen. Und das finden wir eine schöne Idee. Und parallel dazu muss man jetzt aber auch nochmal erwähnen, das klingt jetzt ganz komisch, aber es ist halt ein Zufall, dass unser Merchandise-Anbieter Supergeek gerade einen Blogbeitrag geschrieben hat. Und Supergeek wird beginnen, ab dem Sommer in der Europäischen Union Textilien selber nähen zu lassen. Das heißt, nicht nur werden dann nachhaltige Materialien verwendet und Rohstoffe verwendet, die auch, sagen wir mal, gesundheitsmäßig eher unbedenklich sind, sondern sie haben jetzt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Rumänien, Teil der Europäischen Union. Und da gibt es jetzt tatsächlich eine Näherei, die sie gründen. Und dann kann man, das werden wir sicherlich nochmal ankündigen, aber zum Beispiel sich ein Huxilla-T-Shirt bedrucken lassen bei Supergeek, was in der Europäischen Union auch hergestellt ist. Und nicht in Bangladesch, wo man dann halt dann doch nicht ganz genau weiß, ob das Siegel einen doch anlügt und doch vielleicht Kinder diese T-Shirts genäht haben. Was ich jetzt nicht glaube, weil die da schon vorher drauf geachtet haben bei Supergeek, aber da ist es dann relativ eindeutig. Das wird ein bisschen teurer sein, aber an sich eine super Aktion und man kann nur sagen, das sollten viel mehr Hersteller machen. Aber das ist auch tatsächlich ein guter Trend, der sich in der Textilindustrie jetzt zeigt. Und eine schöne Entwicklung, dass es wirklich immer mehr Firmen gibt, die darauf achten. Genau, also das nochmal angemerkt. Und ansonsten natürlich, wie wir das immer tun, schon jetzt mal vorab ein herzliches Dankeschön an alle, die Huxilla unterstützen. Es werden jeden Monat ein paar Menschen mehr, die sagen, das mache ich jetzt, ich unterstütze eure Arbeit und das ist total schön. Und deswegen ist es uns auch immer wichtig, dass ihr neben Ferngesprächen und allem anderen Zeug, was wir im Internet machen, zwei Folgen Huxilla bekommt. Und dafür stehen wir und ihr könnt jetzt schon mal überlegen, wenn heute eine Folge Huxilla im April kommt und die zweite kommt. So, aber das mal dahingestellt, dann machen wir jetzt erstmal weiter, denn du hast passend zum Sendungstitel, den ich jetzt mal noch nicht erwähne, auch wieder mal eine wunderbare Geschichte rausgesucht. Ja, wir hatten vor einigen Tagen das Glück, uns anschauen zu können, wie der Drohnenhubschrauber Ingenuity vom Mars Rover Perseverance auf dem Mars gestartet ist und tatsächlich geflogen ist. Und das war wirklich so ein Moment, der hat mir ungelogen die Tränen in die Augen getrieben. Das war wahnsinnig ergreifend, das zu sehen, wie ein von Menschen geschaffenes Objekt auf dem Mars, auf einem fremden Planeten fliegt. Und in der Marsatmosphäre, das ist auch mal wirklich eine Leistung, da etwas technisch zu schaffen, was dort fliegen kann. Ein bisschen dünner. Da ist die Luft doch ein bisschen dünner, genau. Und ganz kurz, weil ich das auch wieder im Netz gesehen habe, bevor jetzt schon wieder zehn Kommentare geschrieben werden. Ja, selbstverständlich ist natürlich oder sind die letzten Rover mit einem Skycrane auf dem Mars abgesetzt worden. Und dieser Skycrane, also der ist ja in der Luft schweben geblieben und hat dann die Rover an Seilen herabgelassen. Natürlich ist dieser Skycrane geflogen, aber das war ein Raketenantrieb und der ist nicht in einem aerodynamischen Flug, eben wie ein Flugzeug oder Hubschrauber geflogen. Und insofern ist die Besonderheit hier, dass Ingenuity eben mit aerodynamischen Mitteln, wie wir sie hier auch hätten, also geflogen ist. Das ist das Besondere an Ingenuity. Und geflogen, gesteuert worden und wieder gelandet, also das Ding ist einfach nur krass. Genau und es sind jetzt mehrere Flüge natürlich inzwischen, die stattgefunden haben und der Test hat funktioniert, also die verschiedenen Tests sogar auch, ein paar Meter mal nach rechts zu fliegen, alles sehr, sehr vorsichtig natürlich, was man gerade geplant hat. Aber das ist sozusagen ein Tech-Test und damit hat man nachgewiesen in der Tat, dass man das kann. Das ist aber nicht die Story. Nee, stimmt. Jetzt haben wir ganz viel erzählt, aber es ist noch gar nicht zur Story gekommen. Auf jeden Fall war das ergreifend und auch natürlich erst recht für die NASA-Mitarbeiterinnen und NASA-Mitarbeiter, die an dieser Mission beteiligt sind. Die haben tatsächlich von einem Gebrüder-Wright-Moment gesprochen bei diesem Flug, was es ja auch ist. Eine absolute Premiere. Und noch auf eine andere Art und Weise hat man den Gebrüdern Wright da wirklich Tribut gezollt bei dieser Mission. Nämlich indem, und jetzt kommt der Teil der Story, wenn es denn stimmt, ein Stückchen Stoff von einem Flügel des Flugzeugs der Gebrüder, der Gebrüder, der Gebrüder Wright, tatsächlich in Ingenuity verbaut wurde an einem Kabel. Also vom ersten Flugzeug, was geflogen ist. Das ist mal auf der Erde. Das muss man ganz deutlich zu machen. Das ist die Frage, stimmt das oder nicht. Ich wünsche mir sehr, 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 dass es stimmt. Ich weiß es ja auch schon, aber ihr da draußen eventuell nicht. Da könnt ihr euch jetzt mal überlegen, wie das so ist. Bis zum Ende der Sendung. Genau. Genau. Ja, wir haben hier einen zweiten Teil mal aufgegriffen. Nämlich von unserer Folge Space Oddities, die wir seinerzeit zum 50-jährigen Jubiläum der Mondlandung gemacht haben. Wo wir eben nicht nochmal ganz normal, in Anführungsstrichen, die Mondlandung haben Revue passieren lassen. Sondern wo wir uns ganz verrückte Geschichten rausgesucht haben. Fakten, die man vielleicht nicht so genau wusste oder die nicht so bekannt sind im Rahmen der Mondlandung. Und die Folge ist gut bei euch angekommen. Und ihr habt gesagt, ja, macht gerne nochmal wieder sowas. Und tatsächlich war es ein Lego-Modell jetzt tatsächlich. Wer es vielleicht mitbekommen hat, Anfang April hat Lego ein neues Space Shuttle-Modell auf den Markt geworfen. Was sehr, sehr schön konzipiert ist, wie ich finde. Nicht ganz günstig, aber das ist etwas, was ich mir dann mal wieder aus meinem Taschengeldbudget absparen durfte. Und meine Frau hat mir gestattet, dass ich mir das kaufen darf. Und da keimte bei mir die Idee auf, doch vielleicht nochmal sich das Space Shuttle etwas genauer anzuschauen. Und deswegen ist es jetzt eine Space Oddities Teil 2 das Space Shuttle geworden. Und ich merke gerade, das hinzuschreiben war viel einfacher, als es auszusprechen. Ja, glaube ich. Ich meine, das macht ja auch Sinn, das im Jahr 2021 zumal im April zu machen, wenn das ganze Programm eben 40 Jahre her ist. Wobei ja schon vor zehn Jahren der letzte Flug stattgefunden hat. Also inzwischen dann 30 Jahre Shuttle-Programm vor 40 Jahren. Ja, sowieso. So muss man es ungefähr ausdrücken. Aber es ist auf jeden Fall einfach eine krasse Zeit, die ich wirklich auch schon bewusst mitbekommen habe. Und für mich war das irgendwie sehr, sehr abgefahren und normal, aber auch zugleich. Und bevor wir jetzt aber auf das Space Line gehen, noch zwei Dinge, die jetzt gerade quasi tagesaktuell ja noch passiert sind. Das ist eine eher traurige Randnotiz, die wir erwähnen wollen. Gestern am 28.04. ist Michael Collins im Alter von 90 Jahren gestorben. Das sollten wir in so einer Space Oddities Folge auch erwähnen. Michael Collins war der Kommandant der Kommandokapsel des Apollo 11 Fluges. Das heißt, das war der dritte Astronaut, der im Jahr 1969 bei der ersten Mondlandung dabei war. Und Michael Collins war dann derjenige, der oben in der Kommandokapsel verblieben ist, während Buzz Aldrin gelandet ist mit seinem Partner Neil Armstrong, der dann ja als erster Mensch den Mond betreten hat. Buzz Aldrin der Zweite. Und Michael Collins war immer, ja, viele sagen, der Vergessene hält. Ich fand die Person und den Menschen Michael Collins ganz, ganz spannend, weil er natürlich im Vorfeld schon im Gemini-Programm der NASA sehr viele bahnbrechende Dinge mit, ja, entwickelt hat als Pilot, als Astronaut, die überhaupt die Mondlandung erst möglich gemacht haben. Dritte Mensch, der überhaupt jemals einen Spacewalk zum Beispiel gemacht hat. All das sind Dinge, die Michael Collins in seinem Leben gemacht hat. Und ganz interessant, auch die Tatsache und ein Zitat von ihm. Und das hat mich immer sehr, sehr bewegt, wenn ich an Michael Collins gedacht habe, weil man ihn natürlich gefragt hat, was das so ein Gefühl gewesen sei bei der Mondunrundung. Und er hat dann irgendwann mal gesagt, das Schlimmste, was er sich hätte vorstellen können, wäre, wenn Buzz Aldrin und Neil nicht hätten starten können und auf dem Mond hätten verbleiben müssen, weil er keinerlei Möglichkeit gehabt hätte, seinen Kollegen zu helfen. Er hätte keine Chance gehabt und er hätte dann alleine zurückkehren müssen mit der Kommandokapsel zur Erde. Und er sagt, wenn das passiert gewesen wäre, hätte ich gelebt und alle hätten mich für den Rest meines Lebens gehasst. Und das waren Gedanken, die er hatte, während die Mondlandung stattgefunden hat. Und das ist so ein Gedankengang, der mich bis heute sehr bewegt und auch sehr, sehr gut nachzuvollziehen ist. Und auch nochmal zeigt, wie diese Konzeption der Mondlandung im Grunde genommen gewesen ist. Ja, und auch überhaupt, ich glaube, da haben wir bestimmt in der Space Oddities-Folge schon drüber gesprochen, aber überhaupt die Risiken, die alle Beteiligten da eingegangen sind und erst recht die Astronauten. Das kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen. Ich meine, das war natürlich gerade in der Frühzeit, in der Race to Space eng mit dem Militär verknüpft und im Prinzip fast mehr oder weniger kriegsentscheidend, bezogen auf den Kalten Krieg, wenn man so will. Aber dass das trotzdem Menschen waren, die so risikofreudig und einfach so mutig gewesen sind, diese ganzen Dinge irgendwie auszuhalten und mitzumachen. Also diese ganzen Dinge, diese ganzen Unklarheiten auch in Kauf zu nehmen, das finde ich schon wirklich beeindruckend. Ja, also das nochmal so in Memorandum Michael Collins, das kann man, glaube ich, mal sehr gut machen. Und eine zweite Geschichte dann heute Morgen, auch zumindest mal erwähnenswert, nehme ich die Tatsache, dass das chinesische Raumfahrtprogramm und damit China als Nation heute in frühen Morgenstunden den ersten zentralen Teil ihrer Raumstation ins All gebracht hat. Das Kernmodul Tianhe, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, wahrscheinlich tue ich es nicht. Das heißt so viel übersetzt wie himmlische Harmonie oder Harmonie des Himmels und mit der Rakete der Lange Marsch, das ist die große, schwere Rakete der Chinesen mit vier Boostern ausgestattet. Man kann sich den Start anschauen. Ich habe eine Pressemitteilung auch verlinkt und auf YouTube findet man da einige Zusammenfassungen des Starts. Also immerhin ein sehr, sehr interessanter Start und tatsächlich das Kernmodul einer neuen Raumstation jetzt platziert im Weltall. Und China sagt ganz klar, dass sie bis Ende 2022 diese Raumstation, die natürlich aktuell noch unbemannt ist, fertiggestellt haben möchte. Sie wird kleiner sein als die ISS. Aber wenn man bedenkt, dass... Ist aber nicht die erste chinesische Raumstation. Nicht die erste, den Prototypen. Und eine kleinere gab es ja schon, den Himmlischen Palast, glaube ich, so hieß er dann auf Deutsch. Und die ISS wird irgendwann außer Dienst gestellt werden. Das hat auch was damit zu tun, gar nicht, dass es zu teuer ist oder so, sondern dass irgendwann natürlich die kosmische Strahlung dann doch irgendwann den Chips und Computern an Bord zu Leibe rückt und man dann irgendwann aus Sicherheitsgründen entscheiden muss, dass sie nicht mehr in Funktion bleiben kann. Und da wir keinen Space Shuttle mehr haben, was als LKW unter Umständen da größere Dinge noch hochbringen kann, muss die ISS irgendwann außer Dienst gestellt werden. Und dann hätten die Chinesen als einzige Nation der Welt eine eigene Raumstation. Und das ist ein Signal von China. Das muss man mal ganz klar sagen. Die politische Dimension, unter welchen Bedingungen natürlich die Chinesen hier diesen Erfolg verbuchen können, sei mal dahingestellt. Und wenn man sich die Berichterstattung natürlich anschaut, dann ist da sehr, sehr viel Propaganda natürlich mit dabei. Das merkt man sehr wohl. Man will ja jetzt nicht sagen, dass bei der NASA nicht auch ein politischer Agenda dahinter steckt und auch ein gewisser Nationalstolz natürlich bei dem Staats- und Landungen dabei ist. Aber es hat nochmal einen anderen Zungenschlag in China. Nichtsdestoweniger in einer Folge, die sich mit Weltraumthemen beschäftigt, sollte man den hier und hier einmal erwähnen. Wir haben da schon zwei Faktoren, die uns eigentlich wieder zurück zum Shuttle-Programm bringen. Nämlich einmal dieses Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und politischer Dimension. Da werden wir sicherlich nachher nochmal mehr dazu sagen. Und wir haben das Thema ISS angeschnitten. Und letzten Endes war ja auch unter anderem das Shuttle-Programm ganz maßgeblich beteiligt, wenn es darum ging, eine Raumstation zu schaffen. Und diese Vielseitigkeit der Space Shuttles, also wofür die so alles eingesetzt werden konnten, als Lastenträger, als Space Lab, also als Labor in der Umlaufbahn und für derlei Dinge mehr, natürlich auch für die Belieferung und für den Bau von Raumstationen. Also das waren alles Dinge, das hat es, glaube ich, vorher in der Form nicht gegeben. Natürlich nicht. Und wenn man dann noch bedenkt, dass das Space Shuttle-Programm eigentlich erstmal der Versuch war, nach dieser furchtbar teuren Race to Space und der Landung auf dem Mond ein bisschen kostengünstiger, solche Dinge zu betreiben, dann ist das schon sehr, sehr außergewöhnlich und sehr ambitioniert gewesen. Ja, also wir müssen das natürlich nochmal im zeitlichen Kontext sehen. Die Mondlandungen waren dann irgendwann mit Apollo 17 vorbei. Man hat gesagt, das ist zu teuer und heute wird ja sehr bedauert, dass nicht mehr Forschung betrieben worden ist bei den Mondlandungen. Aber wie du schon gesagt hast, das war ja im Grunde genommen im Wesentlichen ein militärisches Konzept. Und man hat erst am Ende festgestellt, hoch, wir könnten ja auch mal einen Geologen mitnehmen oder einen anderen Wissenschaftler mit auf den Mond nehmen. und als man an dem Punkt war, war es einfach zu teuer. Und man muss auch sagen, aus der Nachschau, dass die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger das jetzt auch nicht so super fanden. Da haben viele gesagt, das ist viel zu teuer. Ich will gar nicht, dass meine Steuergelder für so einen Quatsch ausgegeben werden. Wir haben Soldaten im Krieg. Das wollen wir gar nicht zu der damaligen Zeit. Und so war das Mondprogramm, das Apollo-Programm eingestellt. Und die Frage war natürlich, was will man denn jetzt? Und zunächst mal hat man ja dann noch Saturn-Raketen umkonfiguriert und hat dann tatsächlich Space Lab, du hast es gerade schon gesagt, also erst mal eine Orbitalstation, eine experimentelle Orbitalstation ins Leben gerufen. Das sind dann tatsächlich Saturn-Raketen gewesen, in denen dann im nahen Erdorbit ein Labor eingebaut war. Die waren auch bemannt eine ganze Zeit, waren aber nicht auf die Ewigkeit konzipiert. Und im Grunde genommen gab es ja eine strategische Entscheidung, die nur zwei Ausprägungen hatte. Wollen wir weiter ins Weltall? Also zum Beispiel eine bemannte Mars-Mission wäre ja denkbar gewesen als nächstes Ziel. Oder wollen wir im erdnahen Orbit verbleiben? Das waren so die beiden Ziele, die man hätte haben können. Die damalige Sowjetunion hat sich ja dann relativ schnell auf den erdnahen Orbit konzentriert und hat begonnen, Raumstationen sehr, sehr erfolgreich dann ja auch zu bauen und in Betrieb zu nehmen. Und im Grunde genommen begann dann das nächste Wettrüsten. Und die Amerikaner haben sich entschieden und haben gesagt, wir bleiben auch im erdnahen Orbit. Und es gab den Gedanken, das hast du gerade schon gesagt, einer Kommerzialisierung des Weltraums. Wir befinden uns ja hier zu Beginn der 70er Jahre. Man begann mit Telekommunikationssatelliten zu denken, mit anderen Applikationen kommerzieller Natur, die man ins Weltall bringen hätte können. Und dann hat man gedacht, wie wäre das, wenn wir im Grunde genommen LKW bauen, mit dem wir Sachen kommerziell auch ins Weltall bringen können. Und daraus, aus diesen Gedanken, ist dann das Space Shuttle entstanden. Und im Grunde genommen auch die Fantasie der Amerikaner, eine eigene langzeitbemannte Raumstation zu haben, aus der dann später à la longue ein internationales Projekt geworden ist, nämlich die ISS. Die Überlegung, so ein Shuttle, was ja wirklich, das werden wir vielleicht auch nachher nochmal genauer ansprechen, ausschaut wie so eine Verkehrsmaschine so ein bisschen, also wie so ein normales Flugzeug. Sowas zu bauen geht allerdings wesentlich weiter zurück. Also wenn wir wissen, 1981 ist das erste Space Shuttle gestartet, dann geht die Entwicklung oder die technischen Überlegungen sicherlich zurück bis parallel sozusagen zu den Apollo-Missionen auf jeden Fall. Und eine von den frühen Überlegungen finde ich auch ganz spannend, dass man eben nicht sagt, es soll eine Rakete sein, die das Ganze in den Orbit bringt, sondern im Prinzip ein zweites bemanntes Flugzeug, Fluggerät, was dann aber auch wieder landet. Also das bringt dann das Ding ein Stück hoch und dann fliegt das Shuttle sozusagen weiter mit seinem eigenen Antrieb und das Flugzeug, was das Shuttle hochgebracht hat, landet eben wieder. Was dann allerdings leider zu teuer war. Genau und dann war natürlich die Frage, die Spezifikation des Schalls. Es war sehr groß, es konnte eine relativ große Nutzlast mit sich nehmen. Warum war das eigentlich so? Warum hat man was gebaut, was 24,5 Tonnen Nutzlast ins Weltall bringen konnte? Zum einen natürlich Überlegungen in Richtung einer bemannten Raumstation, aber zeitgleich auch hatte das Militärinteresse an einem solchen Produkt, weil man natürlich gesagt hat, prima, dann können wir auch militärische Plattformen ins Weltall bringen und dafür wollen wir bitte folgende Größen haben. Und aus diesen ganzen Kompromissen ist dann am Ende das Konzept des Space Shuttle geworden, wobei, da kann man ja mal den ersten lustigen Fakt nennen, eigentlich hieß das gar nicht so wirklich Space Shuttle oder eigentlich auch doch. Eigentlich war der offizielle Titel das Space Transportation System, also kurz abgekürzt STS. Und deswegen haben auch alle Flüge des Space Shalls 1 bis 135 das Kürzel STS vor ihrer Flugnummer. Übrigens vielleicht noch ein Fun Fact am Rande. Das Wort Shuttle bezieht sich eigentlich, also geht zurück auf Werner von Braun tatsächlich und bezieht sich auf das Weber-Schiffchen. Also das, was im Webstuhl sozusagen hin und her flitzt und den Faden durchzieht oder schiebt oder wie auch immer man es beschreiben will. Und das impliziert natürlich schon das, was das STS machen soll, nämlich Dinge hoch und wieder runter bringen und hin und her fliegen. Genau. Und das Space Shuttle eigentlich oder das Space Transportation System bestand aus dem großen orangefarbenen Tank, so wie ihn viele vielleicht noch kennen, den zwei weißen Feststoffraketen an der Seite und dem Orbiter, nämlich dem weißen Ding, was so ähnlich aussieht wie ein Flugzeug, wie Alexa das beschrieben hat. Später natürlich im normalen Sprachgebrauch hat sich etabliert, dass der Orbiter, also das weiße Fluggefährt, was dann ja auch zurückkehrte von den Missionen und dann landete als Space Shuttle bezeichnet wurde. Aber eigentlich war der Gesamtkomplex das Space Shuttle. Und übrigens ist ja nicht nur das Space Shuttle selber zurückgekehrt, sondern auch die beiden Feststoffraketen, die dann abgesprengt worden sind, sind am Ende mit Fallschirmen ins Meer gefallen und wurden geborgen und wurden auch wiederverwendet. Das Einzige, was in der Atmosphäre verglühte, war der orangefarbene Tank. Interessant hier, einfach so als Randnotiz, die Feststoffraketen haben sich in der Regel so auf der Höhe von 45 Kilometer abgesprengt. Da war dann der Brennstoff aufgebraucht. Und was ich absolut faszinierend finde, ist, dass sie so stark beschleunigt waren und so ein Momentum hatten, diese Feststoffraketen, dass sie bis auf 65 Kilometer Höhe weitergeflogen sind. Also auch nachdem sie abgeschaltet waren. Das heißt, sie haben nochmal 20 Kilometer Höhe gewonnen und dann erst den Rücksturz zur Erde sozusagen erlebt. Das zeigt, welche... Graumpatrouille Orion lässt grüßen. Also das zeigt natürlich, wie groß da auch die Kräfte waren. Und das erklärt auch nochmal eines der Unglücke später nochmal etwas genauer, auf das wir natürlich auch eingehen müssen in dieser Sendung. Aber hier schon mal so ein paar Randnotizen. Und bei den ersten Flügen übrigens, sobald ich das ein paar Mal jetzt erwähnt habe, der orangefarbene Tank, den wir wahrscheinlich alle in Erinnerung haben, war bei den ersten Flügen gar nicht orange, weil man ihn eigentlich weiß angestrichen hatte. Sieht auch schicker aus. Da war das ganze STS nämlich komplett in weiß. Das sieht man zum Beispiel, wenn man sich den Start des ersten Space Shuttles anschaut. Man hat dann aber festgestellt, dass es das eigentlich gar nicht braucht. Also sieht zwar hübsch aus, aber Farbe wiegt was. Und wenn man natürlich Nutzlasten ins Weltall bringen will, was ja einfach schwierig ist, etwas ins Weltall zu bringen, dann ist Gewicht ein entscheidender Faktor. Und man hat dann festgestellt, das funktioniert im Grunde genommen genauso gut, auch wenn wir das nicht weiß anstreichen. Und ab dann war der Tank orangefarben und nicht mehr weiß. Aber wir haben ein Video euch verlinkt mit einem Start von einem Space Shuttles. Und wir können übrigens mal ganz kurz reinhören, wie so dieser erste Start eines Space Shuttles auch geklungen hat. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, run from the engine to the engine. Oh! Genau, das Video haben wir euch auch verlinkt und da seht ihr dann, dass der Tank bei diesem ersten Start weiß angestrichen war. Völlig verrückt. Ja, was lässt sich noch sagen? Wie funktioniert überhaupt so ein Space Shuttle beim Start? Also ich habe es gerade schon beschrieben, wie Feststoffraketen tatsächlich Feststoff, wenn die mal angemacht waren, dann ging halt nichts. Dann konnte man die auch nicht mehr ausmachen. Deswegen musste man sich sehr genau überlegen bis zum letzten Moment, ob man sie zündet oder nicht. Die Triebwerke hinten am Shuttle selber konnte man deaktivieren bis kurz vor den Start. Wenn die Feststoffraketen angefangen hatten, war es vorbei, dann wurde gestartet. Interessant ist, dass tatsächlich diese drei Triebwerke, die hinten am Shuttle zu sehen sind, die drei großen, aus diesem großen Tank befüllt wurden und auch im Grunde genommen nur genau so lange funktioniert haben, wie der Tank angedockt war. Das heißt, beim Startmanöver waren die beiden Feststoffraketen aktiviert, die drei Triebwerke des Shuttles waren aktiviert und in dem Moment, wo das angefangen hat, auch das finde ich einen völlig faszinierenden Fakt, ist der Shuttle insgesamt um drei Meter gekippt. Und es war noch festgemacht auf der Startplattform und dann hat es quasi, wenn die Triebwerke gestartet haben, ist ein Ruck gegeben und das Shuttle ist um drei Meter gekippt, weil es eigentlich weg wollte und nicht konnte. Und nachdem man dann festgestellt hat, alles läuft gut, sind dann die Bolzen gesprengt worden und das Shuttle durfte starten. Auf ungefähr 45 Kilometer Höhe sind dann die Feststoffraketen abgesprengt worden und dann war es tatsächlich so beim Start, dass dann irgendwann auch der Tank abgeschmissen wurde, aber der Shuttle war dann immer noch nicht im Weltall. Und so unter dem Leitwerk sieht man nochmal so zwei runde Knubbel, nochmal so zwei kleinere Triebwerke und die gehörten dann zum Orbital Maneuvering System, dem OMS und das hat am Ende das Shuttle dann bis auf die Umlaufbahn, auf die niedrige Umlaufbahn gebracht, wo es hin sollte. Das heißt letztendlich hat der Shuttle selber einmal die drei großen Triebwerke, die dann irgendwann deaktiviert wurden und oberhalb dieser drei Triebwerke waren dann nochmal zwei weitere Triebwerke, die der Shuttle dann am Ende auf die Umlaufbahn gebracht hat. Interessante Randnotiz übrigens, was die Energieversorgung der Shuttles betrifft, da gab es unterschiedliche Vorgehensweisen, die auch dafür sorgten, dass die Shuttles unterschiedlich lange im Weltall bleiben konnten. Es hatten nämlich die Discovery und die Endeavor das SSPTS, also das Station-to-Shuttle-Power-Transfer-System und wenn die also an der ISS zum Beispiel angedockt waren, dann konnten die sozusagen sich Energie von der ISS schnappen. Wie ein Wohnwagen, die haben dann angestöpselt und dann waren die angeschlossen und konnten dann bleiben tatsächlich. Und mussten also die bordeigenen Brennstoffzellen deswegen nicht so belasten. Die Atlantis zum Beispiel hatte das nicht und die konnte deshalb auch wesentlich kürzer nur im Weltall bleiben, weil die halt wirklich auf das bordeigene Energiesystem angewiesen war. Genau, die Atlantis konnte tatsächlich maximal 14 Tage im Weltall bleiben, das war die längste Zeit. Die Schlafemissionen in der Regel waren glaube ich so nach 17 Tagen in der Regel vorbei, aber das hätte die Atlantis nicht gekonnt. Und es sind auch später dann nochmal die Shuttles auch immer wieder bearbeitet und aufgerüstet und nachgerüstet worden. So gab es dann gerade für die ISS hinterher einen speziellen Aufsatz, der in die Ladebucht eingesetzt wurde beim Shuttles, also quasi direkt hinter dem Cockpit. Und wenn man diesen speziellen Einsatz dann hatte, dessen Abkürzung mir jetzt gerade nicht einfällt, das könnt ihr in den verlinkten Artikeln alles dann nachlesen, das sind immer so, die NASA arbeitet einfach unfassbar gerne mit drei oder vier Buchstaben kürzeln. Alexa hat es ja gerade vorgelesen. Dann war also eine offene Schleuse die ganze Zeit zwischen dem Shuttles und der ISS. Das heißt, mit diesem Einsatz, der dann später hinzukam, war es auch möglich jetzt ohne Luftschleuse die ISS zu betreten. Man wurde einmal angedockt und dann konnte man direkt von der ISS in der Shuttle und umgedreht schweben. Das hat später dazugegeben, weil ansonsten an Bord des Shuttles relativ wenig Platz war, ehrlich gesagt. Also maximal acht Astronautinnen konnten an Bord sein. Also wenn man von der Payload Bay mal absieht, die riesig war. Aber tatsächlich der Platz für die Astronautinnen an Bord des Space Shuttles oder des Orbiters war gar nicht groß. Es gab das Flugdeck, da konnten einige natürlich beim Start erstmal sitzen. Die Stühle wurden übrigens nach dem Ankommen im Orbit abgebaut, außer die beiden Pilotenstühle tatsächlich. Die anderen Stühle wurden weggeräumt und dann gab es noch das sogenannte Mitteldeck, was unter dem Flugdeck lag. Da waren dann auch Stühle aufgebaut für die weiteren Astronautinnen, die mit an Bord waren. Und dann gab es noch ein Zwischendeck, wo noch Ladung untergebracht werden konnte. Und das war im Grunde genommen der ganze Platz. Das heißt, die Stühle wurden dann alle weggeräumt und in dem Mitteldeck haben dann auch die Astronautinnen geschlafen. Da gab es dann so ein paar Bands. Befestigt, damit sie nicht wegfliegen. Und auch einfach so, es wurden Schlafsäcke einfach an die Wand gehängt. Da war nicht sonderlich viel Platz. Das ist erstaunlich. Es gab dann später tatsächlich dann noch einen Laboreinsatz, das Space Lab dann hinterher, an dem die ESA auch mitgearbeitet hat. Das wurde dann tatsächlich zu Forschungszwecken eingesetzt und in die Ladebucht verankert. Und dann konnte man durch einen Tunnel, der dann angedockt war, ans Mitteldeck, an die Luftschleuse, durch das man ja auch aufsteigen konnte, während man im Weltall war, wenn man mal zum Beispiel einen Satelliten reparieren musste, konnte man dadurch schweben. Das war in Zeiten vor der ISS und dann konnten Experimente stattfinden. Denn der Shuttle hatte im Grunde genommen drei Lebenszyklen, glaube ich, so kann man das mal beschreiben. Übrigens ganz wichtig, was man erwähnen muss. Die großen Türen der Payload Area, des Frachtraums des Shuttles, mussten geöffnet werden, sobald der Shuttle im Weltall war. Und wenn man diese Türen nicht hätte öffnen können, weil ein technischer Defekt vorlag, hätte der Shuttle sofort wieder landen müssen und den Flug abbrechen müssen. Warum? In den großen Türen waren Kühlaggregate angebracht. Das heißt, beim Betrieb des Shuttles trat Hitze auf. Diese Hitze musste abgeführt werden an den Weltraum. Und das ging nur, wenn die Frachtraumtüren geöffnet waren. Das heißt, immer wenn man Bilder des Space Shuttles im Weltall sieht, sind diese Türen geöffnet. Also ständig lüften. Ständig lüften, das sei denn, man sieht einen Kinofilm, da ist das dann nicht so. Und das war dringend notwendig, damit der Shuttle in Betrieb sein konnte. Wenn das nicht funktioniert hätte, hätte der Shuttle tatsächlich sofort wieder landen müssen. Hätte nicht den Betrieb wahrnehmen können. Und übrigens ganz witzig, es gab weltweit einige Landebahnen, die für eine Shuttle in Anführungsstrichen Notlandung konfiguriert waren. Und unter anderem war der Flughafen Köln-Bonn zur Zeit der Shuttle-Ära einer dieser Flughäfen, auf denen dann ein Shuttle hätte landen können. Weil je nachdem, wo man die Landung eingeleitet hat von so einem Shuttle, konnte man halt nicht immer sicherstellen, dass man wieder in Florida, in Cape Canaveral landen kann. Dann auf der Edmund Edwards Air Force Base, so hieß die Landebahn. Das konnte man natürlich planen, wenn alles nach Programm lief, dann konnte man dort landen. Wenn das nicht geklappt hätte, hätte man unter Umständen in Köln-Bonn landen können. Das war aber natürlich überhaupt nicht präferiert, weil dann hätte man das Shuttle auf einem speziellen Shuttle-Carrier verfrachten können. Und von der NASA selber in Amerika hatte man dafür Geräte parat. Die hätte man jetzt in Köln-Bonn wahrscheinlich nicht gehabt. Das wäre ziemlich aufwendig gewesen, dieses Shuttle dann auch wieder aufzuladen auf so eine Boeing. Das heißt, das war tatsächlich eine Notlösung, wenn es nicht anders gegangen wäre. Was wollen wir jetzt sagen? Genau, bevor wir vielleicht auf eine ganz, ganz berühmte Shuttle-Mission, die was mit Wissenschaft zu tun hat, kommen, müsstest du eigentlich nochmal, du kannst das so schön beschreiben, wie der Eintritt in die Erdatmosphäre funktioniert beim Shuttle. Also wie das Shuttle quasi wieder landet und wie es sich in Flugrichtung dreht. Das ist ein sehr abgefahrenes Prozedere. Ja, das habe ich auch ein bisschen überrascht, als ich mich eingelesen habe. Wenn man jetzt so drüber nachdenkt, wie landet denn so ein Shuttle, würde man sagen, naja, dann bremsen die und dann landen die. Aber wie macht man es denn eigentlich genau? Das heißt, der Shuttle ist typischerweise immer Kopf, also mit dem, also Kopf über, klingt jetzt bescheuert, aber so, dass sozusagen geöffneten Frachtraumtüren zur Erde hin geöffnet waren. Das hatte auch was damit zu tun, so viele Fenster gab es gar nicht im Shuttle. Das heißt, es gab ja die Kanzelfenster auf dem Flugdeck und oben im Flugdeck waren auch noch Fenster eingelassen. Wenn man jetzt aber das Shuttle nicht so auf den Kopf gestellt hätte, hätte man rausgeguckt und in den leeren Weltraum geschaut. Da war es schon schicker, wenn man auf die Erde hätte schauen können. Deswegen flog es quasi Kopf über das Shuttle. Interessant übrigens, dass die Astronautinnen, die im Mitteldeck gesessen haben, nichts gesehen haben. Also es konnten tatsächlich nur diejenigen den Start miterleben und auch rausgucken, die im Flugdeck gesessen haben. Mich würde ja mal interessieren, ob da gelost worden ist. Das wäre also da irgendwie ein Fensterplatz für die sechseinhalb Minuten. Danach war es ja dann eh vorbei. In der Regel sechseinhalb bis sieben Minuten hat ja so einen Start. Mehr bezahlen geht dir auf jeden Fall nicht. Wahrscheinlich nicht. Also so flog das Shuttle und wenn man das jetzt aber bremsen wollte, dann hat man in der Tat… Ja, überleg mal, wie bremst du so ein Shuttle ab? Also das geht ja nicht, indem du die Triebwerke in Flugrichtung aktivierst, weil das macht dich schneller. Genau, also das heißt, du musst dich auf die andere Seite flippen. Genau, das Shuttle einmal umdrehen. Dann wurde in der Regel so um die 30 Sekunden die beiden Triebwerke, die das Shuttle am Ende hochgebracht haben in den Orbit, nochmal gezündet. Das hat das Shuttle abgebremst. Dann hat man wieder die Nase in die andere Richtung gedreht. Und mit dieser Abbremsung ist dann das Shuttle entsprechend langsam wieder in die Erdramustäre eingetreten. Sehr, sehr flach eingetreten. Das war ja der Trick beim Shuttle, dass man eben die große Hitze beim Wiedereintritt bis zu 1600 Grad Celsius sind da entstanden beim Wiedereintritt aushalten konnte. Und das musste man eben genau dieses Bremsmanöver so timen, dass man wieder auf dem Boden der Vereinigten Staaten landen konnte. Und wie laut so eine Landung ist von einem… Genau, weil das ist ganz, ganz spannend. Das Shuttle ist bei dem Landeanflug, hat es dann irgendwann keine Triebwerke mehr gehabt. Das heißt, ansonsten die Manövrierfähigkeit des Shuttles war im Grunde genommen bedingt durch ganz viele kleine Löcher. Der Shuttle hat relativ prägnant vorne in der Nase, die kennt man immer so drei Löcher. Also wenn man sich das Shuttle nochmal vorstellt und Fotos, sind so drei Löcher vorne und dann sind an der Seite der Nase noch so Löcher. Und das waren tatsächlich Bestandteile des Manövriersystems, wo man also kurzfristig zünden konnte. Das war auch relativ redundant ausgelegt, sodass man immer Kurskorrekturen vornehmen konnte, auch wenn ein einzelnes dieser kleinen Triebwerke gesponnen hat. Aber diese Triebwerke waren eben nur funktional in der Schwerelosigkeit. Die waren nicht für aerodynamisches Fliegen ausgelegt. Und was also passierte, wenn man dann eingetreten war und durch die Atmosphäre durch war und dann quasi die große Hitze vorbei war, ist, dass der Shuttle geglitten ist. Das war dann im Grunde genommen ein Gleitflugzeug, ein Segelgleiter und ist dann als Segelgleiter auch gelandet. Das zeigt nochmal, wie gut dieses Bremsmanöver getimt werden musste, damit man im Gleitflug am Ende landen konnte. Und du hast es gerade schon angedeutet, ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht und bei allen Landeaufnahmen, die man so hört, hat man ja eigentlich immer die Funksprüche nur gehört, der NASA. Und ich habe dann tatsächlich bei der Recherche ein Video, ein privates Video gefunden von jemandem, der bei so einer Shuttle-Landung, nämlich des letzten Shuttle-Landes dabei gewesen ist. Das war eine Nachtlandung und der hat das gefilmt. Und was man da hören kann, ist, wie das klingt, wenn so ein Shuttle landet. Und das hat mich sehr, sehr, sehr überrascht. Das Video ist von Matthew Travis, das werden wir auch verlinken unter unserer Folge. Und ich will euch mal jetzt gerade mal nur den Moment einspielen, in dem das Shuttle quasi an dem Kameramann vorbeifliegt. Und das klingt, wie ich finde, interessant, sage ich mal. Ja, ich würde sagen, das ist nicht nur interessant, das ist wahnsinnig beeindruckend, dieser brachiale Sound von einem Shuttle, das landet. Was gleitet. Was gleitet, ja. Nochmal, das war jetzt kein Büsenjäger, den ihr gehört habt, sondern so klang, dass wenn das Shuttle aufgesetzt hat. Und wir haben wahrscheinlich alle schon mal eine Shuttle-Landung gesehen, aber eben nicht mit diesem Geräusch dabei, was es macht. Und das hat mich total geflasht, weil ich mir ja nie Gedanken darüber gemacht habe, wie es klingt, wenn so ein Shuttle landet. Also absolut eindrucksvoll. Genau. Und wir müssen vielleicht nach der ganzen Begeisterung, die wir jetzt nochmal haben, auch nochmal darauf zurückkommen, warum das Shuttle-Programm aber sehr, sehr, sehr umstritten war. Und das hat sehr, sehr viele Gründe, warum das so war. Genau, also wir haben, das werden sicherlich die meisten von euch wissen, was die Raumfähren angeht, die Shuttles Atlantis, Challenger, Columbia, Discovery, Endeavor und die Enterprise, auf die wir nachher nochmal zurückkommen. Und diese fünf Shuttles, die tatsächlich Missionen geflogen haben, von denen sind tatsächlich zwei zerstört worden. Also zwei Shuttles sind Unfällen zum Opfer gefallen und dementsprechend auch die Menschen, die an Bord gewesen sind, die dabei umgekommen sind. Und das ist als Bilanz für ein solches Programm schon schwierig. Das ist die schlechteste Bilanz der Raumfahrt. 14 Menschen haben ihr Leben verloren im Shuttle-Programm. Das ist nicht gut. Das ist sicherlich einer der Gründe. Wir können auf die Unglücke auch nochmal eingehen, natürlich, die ja dann am Ende auch gerade das zweite Unglück dann zum Ende des Shuttle-Programms mitgeführt haben. Aber ein anderer problematischer Aspekt, auf den ich vielleicht erst nochmal eingehen will, ist die Tatsache, dass das Shuttle-Programm, als es geplant war, im Grunde genommen günstig sein sollte. Weil man ja Dinge wiederverwenden konnte. Also wenn wir uns an die Saturn-5-Rakete erinnern und das Apollo-Programm, dann hat man ein unglaublich großes, schweres Gefährt in Gang gesetzt. Und das, was am Ende landete, war eine völlig verkohlte kleine Kapsel, die gewassert ist. Alles andere war ja konzeptionell so gemacht, dass es weggeschmissen wurde, abgeworfen wurde. Die Mondlandefähre ist auf dem Mond abgeworfen worden, weil man sie dann nicht mehr braucht und es wäre einfach unnötig gewesen, sie mit zur Erde zu bringen. Das große Versorgungsteil dann des Raumschiffs, des Apollo-Raumschiffs wurde auch in den Erdorbit entlassen zum Verglühen und am Ende eben nur die kleine Spitzenkapsel, die gelandet ist. Und hier hatte man jetzt also etwas, was wiederkommen konnte. Gut, der Tank, der große, der kam halt nicht zurück, aber die Feststoffraketen wurden wiederverwendet, aufbereitet und vor allen Dingen der Orbiter ist gelandet. Und man hatte die Fantasie bei der Konzeption und Planung des Shuttle-Programms, dass man es hinbekommen könnte, dass im Grunde genommen 50 Shuttle-Starts im Jahr stattfinden können. Das heißt, dass jede Woche ein Shuttle ins Weltall starten kann und dass man im Grunde genommen sehr, sehr günstig kommerzielle Nutzlasten ins Weltall bringen konnte. Man hat irgendwann ausgerechnet gehabt, dass ein Kilo Gewicht in den Weltall zu bringen, 2000 Dollar kosten sollte. Jetzt können wir mit verschiedenen Inflationswerten rechnen, aber wenn wir in diesem Bild bleiben, das habe ich nachgelesen, kann ich euch auch verlinken, da haben wir einen Artikel von Forbes gefunden, man aber nie unter dem Preis von 16.000 Dollar pro Kilo gelandet ist. Also man hat dieses Ziel nie erreicht und was man festgestellt hat, ist, dass die Shuttle unglaublich wartungsintensiv waren. Das heißt, der Turnover, wenn ein Shuttle gelandet war, bis man ein Shuttle wieder bereit hatte, bis es neu starten konnte, hat sehr, sehr lange gedauert. Das lag unter anderem an dem Hitzeschild, das aus einzelnen Kacheln bestand, die an die Unterseite des Shuttlees geklebt wurden. Jede einzelne Hitzeschildkachel war eine Sonderanfertigung, weil man genau ein bestimmtes Muster haben musste, um diesen großen Temperaturen beim Wiedereintritt widerstehen zu können. Und allein die Überprüfung des Hitzeschilds und das Nachfertigen und von Hand ankleben der Hitzeschildkacheln hat unglaublich viel Zeit gekostet. Man hat festgestellt, dass die großen Triebwerke des Schalls komplett ausgebaut werden mussten, getestet werden mussten, gewartet werden mussten. Das hat alles unglaublich viel Zeit und Geld gekostet und man ist nie in diesen Rhythmus hineingeraten, das schnell hinzubekommen. Am Anfang war es tatsächlich so in den ersten fünf Jahren, dass man kommerziell gestartet ist im Grunde genommen und man gesagt hat, wir haben hier relativ viele Missionen, 21 Missionen, die bis Januar 1986 von April 1981 durchgeführt worden sind. Da war im Wesentlichen Satellitentransport im Vordergrund, das waren immer noch relativ teuer. Es gab auch den einen oder anderen wissenschaftlichen Flug, aber das war die Kerngeschichte und dann kam es eben 1986 am 28. Januar zum Flug STS 51L, dem letzten Flug der Challenger. Und das Tragische bei der Challenger-Katastrophe, die sich wirklich ins kollektive Gedächtnis gebrannt hat, muss man sagen, ähnlich wie das Attentat auf Kennedy und 9-11, war, dass im Rahmen dieser Mission ein Programm auch zum Tragen kam, was Ronald Reagan angestoßen hat. Nämlich das Teacher in Space Programm, also Schülerinnen und Schüler in den USA auch deswegen für Wissenschaft und das Space Programm zu begeistern, weil dann eben auch Lehrer sozusagen ins Weltall fliegen können und dort eben Wissenschaft betreiben können und dort eben zu solchen Missionen beitragen können. Und im Rahmen dieses Programms 1986 dann beim Flug der Challenger war Christa McAuliffe als Lehrerin dabei und ist dann leider eben auch bei diesem Unglück umgekommen. Also jetzt über die Challenger-Katastrophe in Detail zu sprechen, muss ich sagen, fällt mir wirklich sehr, sehr schwer. Es gab vorher schon ein ziemliches Hickhack darum, ob man den Start verschieben sollte oder nicht, weil die Temperaturen wesentlich niedriger lagen, als man das eigentlich haben wollte für einen solchen Start. Und hat sich dann letzten Endes seitens der NASA gegen den Rat der Ingenieure eben doch für den Start entschieden. Genau, aber wie das so bei Raumfahrt üblich ist, ist halt nicht so eine Entscheidung entscheidend, sondern wir sind hier cutting edge und wirklich auf Hochrisiko natürlich unterwegs. Generell Risiken des Schaltsprogramms können wir auch nochmal bei der Enterprise nachher nochmal darauf eingehen und auch beim Flug des ersten Schalts. Aber was wir hier erlebt haben ist, man wollte gerne den Präsidenten glücklich machen, das sollte ja auch die Steuerzahler motivieren. Dieses teure Schaltprogramm bis zu diesem Flug hatte sich auch schon herumgesprochen, dass die NASA die Erwartungen, die mal in den Raum gestellt worden sind, nicht wirklich erfüllt haben. Es gab schon Stimmen, die gesagt haben, das ist viel zu teuer und das funktioniert gar nicht so, wie er uns das versprochen hat. Und wir Steuerzahler zahlen so viel Geld, deswegen ja auch die Motivation, einen Zivilisten, eine Zivilistin fliegen zu lassen. Das heißt, so ein impliziter Druck war da und die Herstellerfirma Morton Theocol, die dann die Busse-Rakete hergestellt hat und da dann vor allem deren Chef Roger Bosley. Die haben im Grunde genommen entschieden, nee, kann starten. Und die Ingenieure der Firma haben aber gesagt, nee, komm, lass mal lieber nicht starten. Das ist ziemlich kalt in Florida, viel kälter, als wir das eigentlich gewöhnt sind. Und all diese Verkettung, also niemals hat Ronald Reagan gesagt, ich will, dass jetzt gestartet wird. Und niemals hat der NASA-Leiter zum Zeitpunkt gesagt, wir dürfen diesen Start nicht mehr verschieben. Aber alle hatten so einen impliziten Druck und das hat am Ende zur Entscheidung geführt, den Start durchzuführen. Und Alexa, vielleicht magst du noch ein bisschen erzählen, was dann genau passiert ist. Ja, also leider ist dann eben das Unglück geschehen und kurz nach dem Start der Tank explodiert und die Astronauten oder AstronautInnen der Mission umgekommen. Und es hat dann natürlich der Versuch stattgefunden, das Unglück aufzuklären und die Ursachen der Katastrophe zu untersuchen. Und da vielleicht als Notiz noch dazu, dass hier bei dieser Untersuchung auch der Physik-Nobelpreisträger Richard Feynman beteiligt gewesen ist, der sich sozusagen mit den Ursachen des Unglücks beschäftigt hat und dann auch ein Experiment durchgeführt hat, um das, was Alexander schon angedeutet hat, quasi vor laufender Kamera nochmal ganz, ganz deutlich zu machen. Nämlich indem er einen dieser Dichtungsringe in eiskaltes Wasser getunkt hat und eben gezeigt hat, dass dieser Dichtungsring dann eben nicht mehr elastisch gewesen ist, dass er also porös geworden ist durch die Kälte. Und sicherlich war das nicht alleine ausschlaggebend, aber das eben auch ein Faktor, der zu dem Problem und zu der Katastrophe beigetragen hat. Ja, also die Verbindungselemente zwischen den Feststoffraketen wurden eben mit Kunststoffringen abgedichtet, auch doppelt abgedichtet, weil man sowieso schon festgestellt hat, dass da die Dichtigkeit manchmal problematisch war. Aber hier war es eben so, dass verschiedene Gründe dazu geführt haben, dass dieser Dichtungsring nicht funktioniert hat. Ein weiterer Aspekt übrigens die Tatsache, dass die Feststoffraketen natürlich gelandet sind, aufgeschlagen sind aufs Wasser, gar nicht mal langsam, obwohl sie einen Fallschirm hatten und sich dabei auch verformt haben. Und man wurde dann halt, es wurde gemessen, dass sie so halbwegs rund waren und es gab Spezifikationen, wie rund denn so eine Feststoffrakete wieder sein muss, so ein Booster, um ihn wieder zum Einsatz zu bringen. Und das ist dann tatsächlich mit dem Hammer, zum Teil sind diese Boosterraketen ja wieder rund gekloppt worden und bis man eine bestimmte Spezifikation erreicht hat. Also all das zusammengenommen hat dazu geführt, dass beim Start eben heißes Plasma, also brennende Materie an der Seite ausgetreten ist. Diese brennende Materie hat, die ist dann auf den großen Tank, auf den großen orange warmen Tank gegangen. Es gibt heute, wenn man sich sehr detailliert anguckt, und es gibt sehr, sehr detaillierte Darstellungen dieses Unglücks, den Moment, wo dann erstmal wieder durch Schlacke vermutlich dieses Loch dann doch wieder dicht war und dann auf einer relativ großen Höhe dann durch Windstöße und Vibrationen sich dieser Schlacke-Fropfen wieder gelöst hat und dann am Ende dann doch wieder heißer Treibstoff ausgetreten ist. Und dieser heiße Treibstoff hat dazu geführt, dass der große externe Tank explodiert ist. Interessant, bedauerlich, entsetzlich dabei ist, dass das Shuttle nicht explodiert ist. Es gibt die, wenn man die Bilder sieht, hat man ja das Gefühl, der Orbiter selber ist mit explodiert. Das war gar nicht der Fall, sondern im Rahmen dieser Explosion ist zunächst mal der Orbiter heil geblieben. Wir haben dann erlebt, wie zunächst hinten das Leitwerk abgerissen worden ist, die Triebwerke, mit dem Tank, der dann weggeflogen ist, durch die Vibrationen und dann natürlich das aerodynamische Ungleichgewicht und die unglaublichen Fliehkräfte und den Druck der Luft, der auf das Shuttle gewirkt hat, sind die Flügel abgerissen worden. Und erst dann ist am Ende noch die Cockpit-Teil vom Frachtraum abgerissen worden und dann aufgeschlagen. Das heißt, der Shuttle ist in Teilen zurück zur Erde gestürzt und nicht en bloc und schon gar nicht explodiert. Das ist eine Misskonzeption, die man erwartet hat. Und es ist bis heute nicht ganz klar, ob die Astronauten noch gelebt haben, die Astronautinnen an Bord des Shuttles oder ob sie sofort verstorben sind. Und das ist bis heute unklar umstritten. Da will ich jetzt aber auch gar nicht so in die grausamen Details hineingehen. Ich hatte aber nochmal nachrecherchiert, weil es mich interessiert hat und man findet es nicht typischerweise. Man hat tatsächlich alle sieben Astronautinnen bergen können und beisetzen können. Man hat also dann am Ende das Cockpit der Challenger auch gefunden. Und damit war die erste Ära des Shuttles vorbei. Man hat alle Flügel gestoppt. Es hat zuvor, das letzte Mal 1967 bei den Apollo-Missionen, sozusagen Menschenleben, also Verluste an Menschenleben gegeben. Und dann eben 1986 beim Challenger-Unglück. Und dadurch, dass eben auch dieses Unglück quasi vor laufenden Kameras stattgefunden hat, war das wirklich ein nationales Trauma. Das kann man nicht anders sagen. Und das Shuttle-Programm hat danach auch tatsächlich zwei Jahre im Prinzip geruht, weil man natürlich das erstmal aufarbeiten musste, Lehren ziehen musste, Verbesserungen vornehmen musste. Und natürlich auch darüber gesprochen werden musste, wie es denn weitergehen kann überhaupt nach so einem Unglück. Man hat dann den Betrieb wieder aufgenommen. Das Shuttle bekam andere Schwerpunkte der Flüge dann. Es ging im Wesentlichen um wissenschaftliche Missionen, wissenschaftliche Satelliten. Immer mal wieder hatte man dann auch kleinere andere Lasten mit an Bord, die man ins Weltall gebracht hat. Und 1995 dann tatsächlich das erste Mal ein Andocken an die Raumstation Mir. Und damit waren wir dann mit dem Shuttle im Grunde genommen im Bereich der dritten Lebensphase, nämlich der Phase des Shuttles als Transportmittel zu bemannten Raumstationen dann 1995. Vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Ich habe ja gerade schon einmal über das Risiko der Shuttle-Mission gesprochen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie du in der Reihenfolge weitergehen willst, weil ich jetzt eigentlich noch auf die 1990er Hubble-Teleskop-Mission zu sprechen komme. Das wollte ich vielleicht nochmal nach hinten nehmen. Genau, weil ich jetzt einfach ganz kurz erstmal nochmal auf die Enterprise eingehen wollte, weil da gibt es dann bestimmt den einen oder anderen, der uns böse ist. Also das erste Space Shuttle sollte Constitution heißen. Das war die Idee. Jared Ford war zum damaligen Zeitpunkt Präsident und der war so semi-Raumfahrt begeistert, muss man mal sagen. Und es gab dann relativ überraschend für ihn auch eine Briefkampagne und zwar eine relativ große Briefkampagne von Fans einer bestimmten Sci-Fi-Serie, die gesagt haben, ihr baut doch jetzt nicht wirklich bei der NASA ein Raumschiff, was auch landen kann. Und das soll dann nicht Enterprise heißen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und tatsächlich war es dann so, dass die Raumfähre aufgrund dieser Briefaktion umbenannt wurde und das erste Space Shuttle hieß dann am Ende Enterprise und nicht Constitution. Alle Space Shuttles wurden nach bekannten Schiffen der amerikanischen Flotte benannt. Oder auch nach britischen. Oder nach britischen Schiffen. Und das Besondere an der Enterprise war dann aber dann doch wieder, dass die Enterprise nicht so wirklich ein Raumschiff war, weil die Enterprise der Prototyp war, mit dem der Landeanflug, also der Gleitflug getestet werden sollte. Das heißt, die Enterprise selber hatte nie die Triebwerke an Bord, sondern hatte aerodynamische Versatzstücke an Bord und Gewichte an der Stelle, wo die Triebwerke waren, weil man mit der Enterprise tatsächlich nur den Landeanflug testen wollte. Und das hat man gemacht, indem man die Enterprise tatsächlich auf eine 747 draufgeschnallt hat. Das ist ein Bild, was der eine oder andere kennt. Das war das sogenannte Shuttle Carrier Aircraft, das SCA. Und da sind wir wieder bei den drei Buchstabenabkürzungen. Und da hat man eben getestet, wie sind so denn die Flugeigenschaften des Shuttles. Und auch das war eine kitzlige Geschichte, wenn wir bei den Risiken mal sind. Denn das Shuttle war auf einer 747 draufgeschnallt. Also beides jetzt nicht kleine Fluggeräte. Wurde dann abgedockt. Und bei dem ersten Flug war es halt wichtig, dass die 747 nach unten weg taucht. Aber man wollte jetzt auch nicht unbedingt so gerne, dass das Shuttle mit dem Heck, mit dem Leitwerk und dem Heck der 747 kollidiert. Und das war ein höchst anspruchsvolles Manöver für beide Piloten, damit diese Fluggeräte, so sage ich jetzt mal wertneutral, nicht kollidieren. Und das war auch ein großes Risiko. Das hat aber wunderbar funktioniert. Man hat mehrere Testflüge gemacht und die Enterprise hat all das gemacht, was man machen wollte. Aber sie ist eben nie ins Weltall geflogen. Nur in der Fiktion, da kommen wir nachher nochmal drauf. Nur in der Fiktion dann am Ende, genau. Das erste Shuttle, das dann wirklich ins Weltall geflogen ist, war die Columbia, die dann gestartet ist. Und auch hier eine Besonderheit, muss man ganz ehrlich sagen, beim Erstflug, beim STS 1. Dann nehme ich die Tatsache, dass bei diesem Erstflug eigentlich einmalig in der Geschichte der Raumfahrt bereits Menschen an Bord waren. Man hat sonst diese Jungkornflüge ins Weltall immer unbemannt gemacht. Man ist hier das Risiko eingegangen, war sich sehr, sehr sicher, dass das funktionieren wird, dass Astronauten, in dem Fall aber auch nur zwei der Commander und der Pilot mit an Bord waren. Dann ist alles gut gegangen, hat funktioniert. Aber hier das erste Mal ein Risiko, wo auch die Weltraumgemeinschaft so ein bisschen gezuckt hat. Aber man hatte den Willen, das hinzubekommen. Und hier ist man auch ein Risiko eingegangen. Und das ist eben die Geschichte, die es ja ein wenig durchzieht. Man wollte erfolgreich sein und hat hier das Risiko eines Erstflugs begangen. Dass das nicht notwendig gewesen wäre, hat die Geschichte später auch gezeigt. Auch darauf gehen wir noch ein. Aber so, jetzt sind wir bei der Challenger-Katastrophe gewesen und müssen dann historisch, du hast völlig recht, bevor wir auf die Raumstation eingehen, ja auf eines der denkwürdigsten Projekte nochmal eingehen, nämlich das Hubble-Teleskop. Ja, das war mir auch neu, wie viel bei dieser Mission des Aussetzens des Weltraumteleskops Hubble schiefgegangen ist. Also im Grunde genommen war da von Anfang an ziemlich der Wurm drin. Also man hat dieses riesige, wirklich riesige Teleskop, was man auch gar nicht anders hätte hochbringen können als in der Cargo-Area eines Space Shuttles. Hat man also hochgebracht und wollte es dann mit einem Greifarm aussetzen. Relativ schnell, zügig, elegant und allein das hat schon nicht so wirklich funktioniert. Weil man arge Probleme hatte, bei dieser wirklich verhältnismäßigen, schnellen Bewegung des Aussetzens das Ding nicht zu beschädigen. Das heißt also, das ganze Manöver, was man eigentlich innerhalb von Minuten erledigt haben wollte, hat Stunden gedauert. Und da ist den Beteiligten wahrscheinlich schon der Allerwerteste auf Grundeis gegangen. Und dann in der Folge gab es, das wird dann immer so schön kolportiert in der Presse, den Trouble with Hubble, weil das Hubble-Teleskop nämlich auch noch einen Seefehler hatte. Auch das war mir überhaupt nicht mehr bewusst, weil ich mich ja auch mit dem Thema noch nicht so großartig beschäftigt hatte, dass man im Prinzip nicht die Bilder bekommen hat von Hubble, die man haben wollte. Das heißt, das ganze Ding war unscharf, weil ein Spiegel einen Fehler hatte. Und man musste dann, und es war die Frage, macht man das überhaupt, sich überlegen, wie kann man das Ganze reparieren? Und nachdem man dann sozusagen schon per öffentlicher Intervention die Frage geklärt hat, ob man das überhaupt machen soll oder ob man eben dieses Teleskop der Schande so akzeptieren soll, so fehlerhaft, sich dafür entschieden hat, das doch zu reparieren, musste man halt sich überlegen, wie man das macht. Also es war wirklich erstmal so, dass die Öffentlichkeit gesagt hat, wir wollen aber unser Hubble-Teleskop haben, also macht was. Und dann hat man eben technisch daran gearbeitet, diesem Teleskop, ja, wenn man so will, eine Kontaktlinse zu verpassen. Du hast das jetzt gerade sehr freundlich ausgemacht, dass wir wollen unser Teleskop haben, war eher nicht die Aussage, sondern die Aussage war erstmal, dass man die NASA ausgelacht hat und dass die Steuerzahler das erstmal gar nicht lustig finden, weil das halt einfach nicht funktioniert hat. Also es war der Million oder Billion-Dollar-Failure, so wurde er bezeichnet. Und es gab halt noch nicht die coolen Fotos, die wir heute vom Hubble-Space-Teleskop, sondern es war halt ein riesen Fuck-up. Und im Grunde genommen war, dass die Mission STS-61, die für den Oktober 1986 ja geplant war, mit dem man das Hubble-Teleskop raus hat, also eigentlich direkt im Anschluss an die Challenger. Und das hat dann ja vier Jahre gedauert in die 90er Jahre rein, bis das dann stattfinden konnte. Und ja, also die Aussage war super, habt ihr ja toll gemacht. Da bringt ihr so ein super teures Ding hoch und das ist halt kurzsichtig, das Ding. Genau. Und ja, man hat dann aber wirklich den ganzen Ärger und die technische Entwicklung und das Geld auf sich genommen und hat eben diese Kontaktlinse, das heißt also diesen Spiegel, der den Fehler ausgleichen konnte, angefertigt und hat ihn hochgebracht und hat das Ding tatsächlich repariert. Und das ist überhaupt so eine Geschichte, was die Space Shuttles leisten konnten. Also diese Missionen der Wartung, der Reparatur. Man hat sogar einmal mit einem Space Shuttle einen Satelliten eingefangen, ihn runter zur Erde gebracht, repariert und wieder hochgebracht. Also solche abgefahrenen Missionen hat es gegeben. Und man hat eben dann auch das Hubble-Teleskop repariert und zur Freude der Bevölkerung und zur Freude der Weltbürgerinnen dann eben wirklich gestochen scharfe, wunderschöne Bilder gehabt. Die ja nicht nur hübsch ausgesehen haben, sondern einen unglaublichen Forschungsfortschritt bedeutet haben. Das darf man eben auch nicht unterschätzen und es hat dann bis 2009 Shuttle-Missionen für die Wartung des Hubble-Teleskops gegeben. Danach ist es nicht mehr gewartet worden. Man geht davon aus, dass das Hubble-Teleskop noch so bis 2026 sozusagen für die Wissenschaft relevant sein kann. Es ist aber jetzt schon das James-Webb-Weltraumteleskop in der Mache sozusagen. Eigentlich ist der Start für dieses Jahr, für 2021 geplant. Und dieses James-Webb-Teleskop soll dann das Hubble letzten Endes ablösen. Ja, und soll dann eben nochmal deutlich größer sein. Das mit den Service-Missionen ist halt wirklich sehr, sehr, sehr verrückt, weil die im Grunde genommen immer so fast an die 30 oder sogar über 30 Stunden, die längste glaube ich, ich schaue mir hier gerade nochmal rein, fast 37 Stunden Weltraumspaziergang, die notwendig waren zur Reparatur, zwischen drei und fünf Mal EVAs, also Extra Vehicle Activities, also eben dieser Weltraumspaziergang, der notwendig war. Das ist schon etwas sehr, sehr Besonderes und man hat ja immer wieder, du hast es eine Kontaktgrenze genannt, das Instrument hieß dann CoStar am Ende, was also zunächst mal diesen Sehfehler ausgeglichen hat. Aber man hat dann auch immer wieder andere Instrumente ausgetauscht, man hat die Sonnensegel erneuert und verbessert, sodass man eben diese Lebenszeit des Hubble Space Teleskops verlängern konnte. Und all diese Aktivitäten waren natürlich auch nur möglich, weil man sicher hinfliegen konnte, weil man das eben an Bord hatte, was man austauschen wollte an Modulen und auch mit dem Canada Arm, also diesem Greifarm, den du ja schon einmal beschrieben hast, von dem man sich ja halt vorgestellt hat, wir packen einmal ran und wir sind ja in Schwerelosigkeit und hopp, es ist rausgehoben. Aber den konnte man natürlich auch benutzen, um Astronauten zu verankern und die Astronauten dann mit diesem Roboterarm an das Hubble Space Teleskop ranzubringen. Wir werden euch eine englischsprachige Dokumentation auch darüber nochmal verlinken unter der Episode, empfehle ich sehr zum Gucken, weil nämlich auch nach der ersten Mission dann das Problem entstand, dass diese Türen, man konnte das wirklich wie so einen großen Kühlschrank, kann man das aufklappen, das Hubble Space Teleskop, nicht schließen wollen. Das heißt, die haben also fast 30 Stunden in der Schwerelosigkeit gearbeitet gehabt, haben alle Geräte getauscht, das hat alles funktioniert und Astronauten, die in der Schwerelosigkeit arbeiten, beschreiben das immer als eine körperlich unfassbar anstrengende Tätigkeit und dann am Ende mussten sie eigentlich nur die Türen wieder schließen und verankern, damit das Space Teleskop vernünftig arbeitet und dann gingen die Türen nicht zu. Also das ist alles eine Geschichte, das ist wirklich so ein bisschen das, was dann natürlich in den Michael Bay Filmen komplett überhört worden ist, dann mit Armageddon, also die Bauarbeiter im Weltall, also hier natürlich hochtrainierte Astronauten, die zum Teil drei Jahre Vorbereitungszeit auf diese Hubble Service Missionen hatten, viel, viel länger als auf alle anderen Missionen. Aber es ist halt einfach unfassbar tolle Forschung, die mit diesem Teleskop ermöglicht worden ist. Ich finde in dieser Doku einfach diesen Moment so schön, wie dann in der Pressekonferenz gesagt wird, the trouble with Hubble is over. Nachdem man es dann repariert hatte, das ist einfach toll. Also es ist ein wunderbares Gerät, was ja sehr zur Wissenschaftsgeschichte, zur Erforschung des Weltraums beigetragen hat. Und du hast völlig recht, das sind natürlich die 90er Jahre, dann das Shuttle geprägt, dann natürlich bis in die 2000er Jahre hinein und dann eben die Zeit der internationalen Raumstation. Mit der Soyuz-Kapsel konnte man immer sehr sicher Astronauten an Bord bringen und aber natürlich die großen Elemente dorthin zu bringen, dafür brauchte man das Shuttle, darauf war alles konzipiert und vor allen Dingen auch die Elemente der ISS, die man aneinander gedockt hat, hatten ja keine Triebwerke. Das heißt, man brauchte auch da bei der Konstruktion der ISS den Kanada-Arm, um dann die Dinge zusammenzufügen. Also wir hätten heute keine ISS, wenn es den Orbiter nicht gegeben hat. Und im Grunde genommen immer mit den Streitereien über die Kosten und die Finanzierung des Programms und das war immer umstritten und zwar immer die Stimme, man könnte das alles viel billiger haben mit der Raumfahrt. Aber gut, kommen wir dann in das Jahr 2003 zu der Mission STS-107 und das ist dann das zweite Mal, dass die Vereinigten Staaten einen Shuttle verloren haben und damit auch sieben Astronautinnen starben. Das war im Januar 2003 und hier so in der Nachbetrachtung, also vielleicht nochmal auf das Challenger-Unglück zurückzukommen, 1986 war ich elf Jahre alt. Zu dem damaligen Zeitpunkt, also der erste Shuttle-Flug 1981, ich bin 1975 geboren, für mich hat das Space Shuttle als, das gehörte in die Welt einfach hinein. Es war also gar nicht diskutabel, dass es jetzt nicht so ein Space Shuttle gibt, was in das Weltall fliegt und das hat auch immer funktioniert. Und abends in der Tagesschau flog dann mal wieder ein Shuttle und hat erfolgreich einen Satelliten ausgebracht. Dann sah man immer so ein sehr griseliges Bild damals noch, das war ja alles nicht wie heute aus dem Weltall und das gehörte dazu. Diese Grafiken mit den Flügeln, den geöffneten Ladeklappen und dem Greifarm, also das ist mir so in Erinnerung. Genau, genau. Und dann 1986, dieses Unglück, das mit elf Jahren, das habe ich miterlebt und als Kind fand ich, ich wollte immer Astronaut werden natürlich. Das hat auch mich geschockt. Ich weiß auch noch, wie ich das erste Mal diese Explosion bei einer Tagesschau gesehen habe und das auch gar nicht verstanden habe, wie das passieren kann. Weil so Raumfahrt war immer sicher, da kann ja nichts passieren. Also das war wirklich auch in den 80er Jahren Risiken von Raumfahrt habe ich nie erlebt. Ich war jetzt auch Kind natürlich. Aber ich glaube, das war auch die generelle Mentalität, das wird schon funktionieren. Und dann im Jahr 2003, das Unglück der Kolumbia, einfach unfassbar tragisch, weil die Kolumbia im Grunde genommen schon beim Start so beschädigt worden ist, dass das Unglück nicht unvermeidbar war. Aber die Mission dann trotzdem stattfand. Was war geschehen? Das ist ein Stück Schaumstoff, dieser orangefarbene Schaumstoff, beim Start abgebrochen vom großen Tank. Das ist immer mal wieder passiert. Und hat dann an einer Frontseite eines der Flügel des Shuttles Kolumbia ein Loch gerissen. Es hat immer die Situation gewesen, dass der Hitzeschild beschädigt war, dass auch Stücke des Schaumstoffs beim Start runtergefallen sind. Und das war so, das fand niemand gut, aber es ist immer mal wieder passiert. Und hier war es aber so, dass der Schaden so groß war, dass dann beim Wiedereintritt das entstehende Gasplasma, was natürlich da entsteht und Plasma ist kein Gas, weiß ich. Also das Plasma, das heiße beim Wiedereintritt in die Flügelstruktur eingedrungen ist, weil der Hitzeschild nicht mehr funktioniert hat. Und dann ist die Kolumbia mit einer Geschwindigkeit von 23-facher Schallgeschwindigkeit zerrissen worden, hat sich quasi über weite Strecken über die Vereinigten Staaten das Trümmerfeld ergossen. Und im Grunde genommen war dieses Unglück am Ende ja fast schon sowas wie das Ende des Schaltprogramms. Natürlich plant man nicht kurzfristig, man hat dann sich das nochmal angeschaut, man hat dann verschiedene Konzepte zur Rettung von beschädigten Schatteln sich ausgedacht. Es war zum Beispiel so, dass danach beim, nach dem Start immer ein Element war die Überprüfung des Hitzeschilds. Das heißt, man hatte dann eine Kamera an diesem Kenner da Abend dran, der dann einmal geschaut hat. Die Unterseite, das war eine Prozedur, die entwickelt worden ist, um es, um zu überprüfen, ob Beschädigungen sind. Und es war auch so, dass im Grunde genommen der Shuttle immer so bei den Missionen positioniert war, dass man die ISS erreichen konnte. Das heißt, hätte man einen Schaden festgestellt, hätte man sich zur ISS gerettet. Und es war dann auch immer ein zweites Shuttle startbereit, was die Astronauten hätte evakuieren können. Großes Problem übrigens bei der letzten Hubble-Mission, weil das Hubble Space Telescope bei der letzten Wartungsmission nicht in der Nähe der ISS war. Man hat lange darüber diskutiert, ob man diese Mission fliegen soll oder nicht, weil man unter Umständen, wenn der Shuttle beschädigt ist, eben nicht diesen Rettungsplan hätte machen können. Aber das würde jetzt ein Bogen ein bisschen weitspannen. Aber im Grunde genommen war dieses Unglück der Beleg dann auch dafür, dass der Shuttle einfach zu komplex ist, zu risikoanfällig ist. Und am Ende auch nicht, immer noch nicht billiger geworden ist. Und es hatten dann inzwischen 14 Astronautinnen ihr Leben verloren. Und das ist im Grunde genommen dann auch das Ende des Shuttle-Programms, hat es eingeläutet im Grunde genommen. Man hat noch die Missionen natürlich, die man brauchte, also die Missionen zum Beenden des Baus der ISS, die letzten Wartungsflug, das haben wir schon beschrieben. Aber dann im Grunde genommen war dann mit der Atlantis, mit deren Flug und die Landung der Atlantis haben wir ja schon gehört, dann das Shuttle-Programm am 21. Juli 2011 mit dem Flug STS 135 vorbei. Jetzt wäre es natürlich, finde ich, aus meiner Sicht ein bisschen vermessender, ein Resümee ziehen zu wollen. So wenig, wie ich mich auskenne mit diesem Shuttle-Programm. Es hat sicherlich sehr, sehr wichtige Dinge zur Raumfahrtgeschichte beigetragen und auch wissenschaftlich sehr, sehr viel beigetragen. Aber der Preis war mal verdammt hoch. Das kann man sicherlich sagen. Vielleicht, um jetzt nochmal den Bogen zurück in die Frühzeit, in die 80er Jahre, zum Beginn des Shuttle-Programms zu schlagen. Weil wir ja schon ständig angedeutet haben, dass wir uns da im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft und Politik befunden haben. Respektive auch in den 80er Jahren noch im Kalten Krieg eben. Ist es interessant, sich mal anzugucken, wie die Russen auf das amerikanische Shuttle-Programm reagiert haben. Und den ein oder anderen oder die ein oder andere da draußen mag es vielleicht überraschen, dass auch die Russen ein Shuttle-Programm hatten. Ich wusste es nicht. Die Russen haben natürlich mitgekriegt, dass die Amerikaner so ein Programm haben und haben dann wirklich Angst gehabt, dass die Amerikaner diese Shuttles dazu nutzen wollen, russische Satelliten zu klauen oder zu beschädigen, je nachdem. Also das war wirklich ein Gedanke, der geprägt war vom Kalten Krieg, von einer Art Wettroisten immer noch und von Spionage letzten Endes. Man hatte Angst, die Vorherrschaft im Weltall zu verlieren und was natürlich die Russen sehr wohl mitbekamen durch ihre Spionageaktivitäten war die Tatsache, dass hier ein einfacher, kostengünstiger, kommerzieller Zugang in den Weltraum möglich war und dass natürlich das Militär in Amerika daran auch beteiligt war. Und man hat sich auch blenden lassen tatsächlich ein Stück weit in Russland von diesen Angaben und Zahlen 2000 Dollar für ein Kilo Gewicht, 50 Flüge im Jahr. Das war eine Bedrohung, die man empfunden hat in der Sowjetunion und das fand man überhaupt gar nicht gut. Und dann haben die Russen angefangen den Buran Orbiter zu entwickeln und die haben sehr sehr viel an Details und an Technik selber entwickelt, aber so die Designs und das sieht man auch auf den Bildern, die wir euch sicherlich verlinken werden als Quelle, dass das Ding mal verdammt ähnlich ausschaut wie die amerikanischen Shuttles. Die haben halt die Designs durch Spionage sich geholt, besorgt und haben dann halt einen Orbiter gebaut, der den amerikanischen Shuttles sehr sehr ähnlich sieht, der Buran. Ja, fast komplett genau gleich, also ein bisschen zu den Orbital Maneuvering Systems, also die Löcher in der Nase, die Tür, diese runde Tür, diese ganz besondere Tür auf der linken Seite, wo die Astronautinnen einsteigen konnten, all das sah genauso aus. Das Heckleitwerk sieht im Grunde genommen aus, auch die Delta-Flügel sind genauso. Was allerdings anders war beim Buran, war die Tatsache, dass Buran keine eigenen großen Triebwerke hatte, anders als der Shuttle. Hier war die Konzeption im Grunde genommen, dass der Buran auf eine Energia-Rakete, Energia, ich werde es natürlich nicht richtig aussprechen, drauf montiert werden konnte. Das war eine sehr sehr starke Trägerrakete, die dann beim Start des Buran mit vier Booster-Raketen noch zusätzlich versehen worden ist. Und das hatte eben den Vorteil, dass man nicht nur den Buran starten konnte, den Buran-Orbiter, sondern die Energia-Rakete auch alleine benutzen konnte, um Fracht ins Weltall zu bringen. Das heißt, hier war man ein bisschen flexibler als beim Shuttle-Programm der NASA. Dafür hatte der Buran keine eigenen großen Triebwerke. Sehr wohl hatte er Triebwerke, die danach abkoppelnd von der Energia-Rakete auch den Orbiter ins Weltall bringen konnten. Und witzigerweise einer der ersten Prototypen, da hatte man dann einfach mal Flugzeugtriebwerke dran geschraubt, weil man die Aerodynamik des Buran dann damit testen wollte, dass man da hinten ja richtig große Düsenjäger-Triebwerke dran gebaut hat. Und dann konnte der wie ein Flugzeug auch starten. Das war sehr sehr verrückt. Auch da werden wir euch eine Seite mit einem Video verlinken. Und dann fliegt halt so ein, startet halt so ein Space Shuttle. Wenn du halt nicht genau hinguckst, dann denkst du dir, hä, was ist das denn? Und es hat genau einen Start gegeben. Auch da können wir euch nochmal das Video auch unter der Folge verlinken. Und zwar am 15. November 1988 ist der Buran zu seinem Jungfernflug gestartet, hat zwei Erdumkreisungen gemacht und ist dann wieder gelandet. Das heißt, er war 206 Minuten unterwegs. Aber das Krasse an der Geschichte ist, dass diese Landung, also die man sich wirklich vorstellen kann, wie eine Landung eines amerikanischen Shuttles oder eines Flugzeuges automatisch stattgefunden hat. Also wirklich ferngesteuert im Prinzip, komplett automatisiert, ohne Leute, die das Ding geflogen haben. Das war das Besondere und ich habe es ja angedeutet beim Jungfernflug der Columbia, dass da zwei Astronauten an Bord waren während des Fluges. Und hier hat man gesagt, wie es üblich ist, unbemannter Flug und der Buran war auch darauf ausgelegt oder Buran war darauf ausgelegt, theoretisch auch ohne Astronauten Nutzlasten ins Weltall zu bringen. Was auch den Vorteil gehabt hätte, dass man Gewicht gespart hat. Man musste nicht zu essen mitnehmen, Menschen wiegen ja auch was. Also das war eine Überlegung, sodass man ihn vielfältig hätte einsetzen können. Am Ende, also 1988, wir haben es gerade schon gesagt, was dann natürlich passierte, war der Zusammenbruch der Sowjetunion, die Wendezeit. Und man hat dann einfach kein Geld mehr gehabt. Es war auch der politische Wille nicht mehr da. Es hat sich wohl dann auch rumgesprochen, dass im Grunde genommen das Shuttle-Programm der Amerikaner auch nicht wirtschaftlich in irgendeiner Art und Weise sinnvoll ist und unfassbar viel kostet. Und damit ist dann das Programm eingestellt worden nach genau einem Flug. Irgendwie ein bisschen schade, der Buran, der geflogen ist, war dann in einer Werkhalle geparkt in Russland dann und auf dem Weltraumbahnhof Balkonur. Und dann ist diese Halle eingestürzt. Dabei sind auch sieben Menschen gestorben beim Einsturz dieser Halle. Und da ist dann auch der Buran komplett im Grunde genommen zerstört worden. Im Speyer im Technikmuseum allerdings gibt es noch einen zusammengebauten, einen Test-Shuttle, einen Buran, den man sich auch anschauen kann. Da müssen wir auch mal hinfahren irgendwann, haben wir schon gesagt. Das ist vielleicht das Dichteste, was man haben kann, wenn man sich das anschauen will. Weil von den Maßen her und wirklich aus dem Augenwinkel der Buran einfach genau aussieht. 36 Meter lang, 16 Meter hoch und wiegt 80 Tonnen. Das ist mal ordentlich. Was relativ genau den Spezifikationen entspricht. Es gibt ein paar Unterschiede auch hier. Verlinken wir euch das, liest euch das in Ruhe durch. Aber sehr, sehr, sehr verrückt. Ich wusste länger schon davon, dass es dieses Programm gab. Aber es ist sehr überraschend, wenn man das nicht wusste, dass es dieses Programm gibt. Vielleicht zum Abschluss. Und weil wir Huxilla sind, müssen wir noch eine makabere Geschichte vielleicht hier dann doch noch erzählen in dieser Episode. Nämlich die sogenannte Challenger-Verschwörung. Ach so, da warst du jetzt. Ich war jetzt schon bei den Shuttles und der Popkultur, weil das so schön... Ja, machen wir noch ganz kurz die Challenger-Verschwörung, die dann irgendwann aufplöppte. Auch da verlinken wir euch eine unserer Lieblingsseiten, natürlich Snopes. Weil dann irgendwelche Menschen angefangen haben, 30 Jahre nach dem Unglück im Netz rumzurecherchieren. Und dann haben sie plötzlich festgestellt, Mensch, die sind gar nicht gestorben. Also die Lehrerin zum Beispiel, die wir erwähnt haben, sollte dann plötzlich eine Universitätsprofessorin für Jura sein. Und man hat dann eben Fotos aus dem Netz gesucht und mit viel gutem Willen und 30 Jahren Differenz hätte das ähnlich sein können. In dieser Verschwörungstheorie, was halt völlig unsinnig ist, sind dann aber zum Teil Geschwister, also in dem Fall Brüder der verstorbenen Astronauten genannt worden. Also da hätte man sozusagen, der Bruder hätte, also der verstorbene Astronaut sei jetzt sein eigener Bruder, was ja alles gar nicht Sinn macht. Also eine völlig abstruse Geschichte, so wie hat man halt auch ständig Elvis noch sehen möchte oder andere verschorbene Persönlichkeiten. Hier haben wir wieder so das Narrativ, dass man das nicht akzeptieren will, dass diese Menschen ihr Leben verloren haben. Auch aus dieser Attitüde heraus vielleicht, die ich ja beschrieben habe, Shuttle-Programm, völlig normal, kein Risiko, das macht man einfach so. Und natürlich einem gewissen Misstrauen der NASA und der Regierung gegenüber. Ja, das ist jetzt schon böswillig, aber so würde ich das auch sehen. Am ehesten kann ich für solche Leute, die sich sowas ausdenken, noch Verständnis aufbringen, Wenn ich so einen Verschwörungsmythos sehe, als eine Bewältigungsstrategie für ein solches Trauma, was eine derartige Katastrophe auslösen kann. Also wenn sich jemand nicht vorstellen kann, dass wirklich Menschen auf so tragische Weise umkommen und dann eben etwas hinzu erfinden muss, damit das eben dann vielleicht doch nicht so ist. Das wäre noch die freundlichste Version, die ich mir da denken könnte als Mechanismus dahinter. Ansonsten finde ich solche Verschwörungsmythen natürlich furchtbar. Also da haben wir auch vor einiger Zeit schon mal einen Kommentar bekommen, ob wir uns das nicht mal anschauen wollen als Geschichte. Das Thema per se ist sehr, sehr makaber, deswegen wollen wir das nur sehr kurz abhandeln, aber es hier einmal mit erwähnen, weil halt der tote Astronautin dann doch nicht so schön ist. Lieber noch etwas Nettes zum Schluss, ich hatte es ja schon angedeutet, die Tatsache, dass die Space Shuttles wirklich etwas von Verkehrsmaschinen haben, so rein designtechnisch, dass die halt ausschauen wie Flugzeuge, hat natürlich die Fantasie auch beflügelt und mir schoss das heute nochmal so durch den Kopf, dass wir vor gar nicht allzu langer Zeit Airplane 2 gesehen haben. Genau, der heißt auf Deutsch, ich gucke mal hier auf die DVD nochmal drauf, die unglaubliche Reise in einem verrückten Raumschiff. Genau, und wo wirklich ein Space Shuttle als Verkehrsmaschine eingesetzt wird, um Leute zum Mond zu bringen und dann natürlich das gleiche passiert, was auch im Teil 1 schon passiert ist. Mehr will ich dazu nicht sagen, ich finde den Film sehr, sehr lustig, aber müsst ihr nicht unbedingt auch so sehen. Er hat einen speziellen Humor, das muss man schon sagen, aber interessant ist, dass der Film Weihnachten 1982 im Kino lief und im April 81 eben der erste Start eines Shuttles und da war man sich ja noch gar nicht so sicher, ja was kann denn eigentlich so ein Shuttle alles einfach und das Narrativ des Shuttles, das zum Mond fliegt, war natürlich nie Bestandteil des Auftrags des Shuttles und der Shuttles hätte das auch gar nicht gekonnt, also weil es darauf gar nicht ausgelegt war zum Mond zu fliegen, sondern es war... Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube die hätten 650 mal weiter fliegen müssen, als sie geflogen sind, wenn sie zum Mond hätten fliegen wollen, meine ich gelesen zu haben. Aber 1982, Kino, hat man sich gedacht, komm prima, das war mal ein Shuttle zum Mond fliegen und noch viel dichter dran, ja im Grunde genommen an den ersten Shuttle Start war ja noch ein anderer Kinofilm, der das Thema weiblichst ausgenutzt hat. Naja, es gab halt schon Filme, bevor das Shuttle-Programm überhaupt sozusagen richtig an den Start gegangen ist, 1981, die sich dieses Themas bedient haben, also es gab zum Beispiel natürlich den großartigen Film von Stanley Kubrick 2001, Space Odyssey, wo ein Shuttle von Pan Am, auch lustigerweise, vorkommt, also das Pan Am Orion Shuttle. Und da war es tatsächlich so, also wenn man sich da mal Bilder anguckt, das schaut schon so ein bisschen aus wie die Shuttles, die dann auch hinterher geflogen sind, nur noch ein bisschen schicker und windschnittiger, muss man leider sagen, also es ist noch so ein bisschen spitziger und schneidiger vielleicht. Und Stanley Kubrick hat wirklich drauf geachtet, auch möglichst nah am Original zu sein, also natürlich von den Plänen her gesehen und hat sich da tatsächlich NASA-Berater geschnappt und von denen Informationen geholt. Also natürlich Informationen, die die auch rausgeben konnten. Das war natürlich auch nicht so einfach, vermute ich jetzt mal. Und hat wirklich versucht, möglichst nah an der Realität sich zu bewegen. Und dann hat es den Film Moonraker gegeben, einen James-Bond-Film von 1979, wo gleich eine ganze Flotte von Shuttles eine Rolle spielt. Da gibt es den Bösen Sir Hugo Drax, der also Menschen auf eine Raumstation bringen will, weil er sozusagen eine neue Menschheit initiieren möchte. Und diese Shuttles, diese Shuttle-Flotte ist schon sehr, sehr stark angelehnt an die realen Space Shuttles. Und es war auch wirklich so, dass der Film mit dem Beginn der Shuttle-Missionen zusammenfallen sollte. Und dann letzten Endes hat sich natürlich der Start des ersten Space Shuttles verschoben und ist dann 1981 gewesen. Aber das ist natürlich auch ziemlich spannend. Und dann müssen wir natürlich erwähnen, da kommen wir überhaupt nicht dran vorbei, Star Trek, wo das Shuttle Enterprise dann zumindest bildlich immer dabei ist. Und sozusagen ja dann letzten Endes im übertragenen Sinne auch doch dann im Weltall ist, in der Fiktion. Ja, und da gibt es noch diese Armageddon-Filme von Michael Bay, wo es auch zwei Shuttles gibt, die da umgebaut sind. Ich könnte jetzt drei Stunden lang genau über Filme mit Shuttles drehen. Übrigens auch die Science-Fiction-Serie Farscape. Ja, stimmt. Wo es mit einem Shuttle losgeht. Und das war übrigens auch ziemlich witzig. Also die Serie ging irgendwie 1999 los. Und die haben tatsächlich echte Aufnahmen von einem Shuttle genommen für die Serie und haben dann aber natürlich den Namen geändert. Also auch da ist das Shuttle dann letzten Endes vertreten und heißt dann aber nicht sozusagen wie im Original das Space Shuttle Program, sondern Calleroy. Also es gibt einfach Shuttle in der Popkultur wie Sand am Meer. Natürlich hat die Shuttle-Ära das da auch geprägt. Und ich will nochmal gerade darauf eingehen, weil es mich selber interessiert hat. Und das hatte ich nicht recherchiert und ich habe es gerade nebenbei mir nochmal angeschaut, warum ich da so ins Hudel gekommen bin mit der Challenger und dem 51. Flug. Weil die nämlich, und das ist vielleicht auch nochmal eine völlig abstruse Geschichte, die Shuttle-Flüge 1 bis 9, die hießen alle STS 1 bis STS 9. Nein. Und die Shuttle-Flüge 26 bis 135 hießen dann noch STS 26 bis STS 135, aber dann nicht. Sondern dann hießen sie, also der zehnte Flug hieß dann 41B, 41C, 41D, 41G. Und man hat also die Nummerierung geändert. Stimmen behaupten unter Umständen, man hat damit auch vermieden, dass ein Shuttle STS 13 hieß, weil so das einzige Fluggerät der NASA, was 13 hieß, war die Apollo 13. Das war so prächtig gut verlaufen. Wir alle erinnern uns. Wobei jeder Wissenschaftler, Wissenschaftler ja nicht abergläubig sind, aber das ist so eine Stimme. Und man hat es einfach umnummeriert, weil man hier das Finanzierungsjahr mit einfließen hat lassen. Also 41 war dann eben das Jahr 1984 und das war dann die 1 stand für den Startplatz Kennedy Space Center. Und der Buchstabe gab dann immer an, dass es sich um die zweite Mission des Jahres handelt. Also man hat da dieses Buchstabierungssystem geändert. Das ging dann eben bis zum Flug STS 51L. Das war dann der 25. Flug, das Challenger-Unglück. Und ab dem Flug 26 ist man dann aber wieder zu der normalen Durchnummerierung zurückgekehrt. Deswegen bin ich vorhin so ein bisschen ins Hudeln gekommen und deswegen ist auch STS 135 der 135. Und damit der letzte Flug, den die Atlantis dann gemacht hat. Wenn man das also mag, was wir jetzt hier gerade mal so umrissen haben, wir hoffen, dass euch das alles nur ein wenig interessiert hat. Ist ja jetzt eigentlich ein historischer Blick, eigentlich meine Lebenszeit, meine Jugend im Grunde genommen. Dann kann man sich allein mit der deutschsprachigen Wikipedia schon so unfassbar in dieses Thema abnerden. Weil natürlich jede einzelne Shuttle-Mission eine eigene Seite hat. Und dann kann man natürlich nochmal auf die englischsprachige Wikipedia gehen und dann in die NASA-Archive natürlich abtauchen, wenn man das möchte. Ja, wollte gerade sagen, allein die NASA hat da ja Informationen ohne Ende inzwischen. Genau, aber das könnt ihr tun. Es ist faszinierend, es ist auch faszinierend, sich immer mal wieder Videos anzuschauen. Da ist ja auch YouTube am Ende voll damit. Wir haben auch noch Animationsvideos, wie der Shuttle funktioniert hat, der Orbiter, wie er funktioniert hat, wie ein Shuttle-Start genau funktioniert. All das werden wir euch verlinken, dass ihr euch das anschauen könnt. Und dann komme ich nochmal ganz zurück zum Ausgangspunkt. Ich war dann am Ende, nachdem wir uns hier in diese Sendung auch eingearbeitet haben, davon überrascht, wie detailgetreu und schön dieses neue Lego Shuttle aufbereitet ist. Sehr, sehr bedauerlich, dass das Baubuch zwar so kleine Informationsschnipsel immer mal wieder hatte, aber das hätte man eigentlich noch viel umfangreicher gestalten können. Noch viel, viel mehr Informationen über das Shuttle hier vermitteln können. Da hat Lego, glaube ich, was auf der Strecke liegen lassen. Aber gut, das lassen wir mal dahingestellt. Aber so ist die Folge ja entstanden. Und jetzt müssen wir nochmal aufklären, was es da mit Ingenuity und dem Gebrüter Ride auf sich hat. Die Auflösung Es freut mich auch so ordentlich verkünden zu können, dass die Geschichte stimmt. Ja. Wie gesagt, allein schon der Flug von Ingenuity, der erste, den wir uns angeschaut haben, hat mich wirklich mehr als begeistert. Und dass jetzt noch die Tatsache hinzukommt, dass da ein kleines Stück vom Flügel des Flugzeugs der Brüder Ride im Ingenuity Drohnenhubschrauber verbaut ist und mit zum Mars geflogen ist. Und wirklich, also indem ich das jetzt gerade erzähle, kriege ich schon wieder eine Gänsehaut. Das ist einfach absolut großartig. Und ja, es zeigt sich mal wieder, dass Wissenschaft einfach etwas ganz, ganz, ganz Fantastisches, Großartiges, Wichtiges, Tolles ist. Und ja, dass wir alle viel mehr über Wissenschaft lesen sollten, hören sollten, sehen sollten und uns damit beschäftigen sollten. Ja, das öffnet auch manchmal ein bisschen die Augen und lenkt auch von anderen Dingen ab. Wenn man sich damit mal beschäftigt, jetzt gerade wo manche Dinge nicht so gut funktionieren und auch der eine oder andere mal versagt in dem, was er tut, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und zu schauen, was Menschheit erreichen kann. Wenn man auf Wissenschaft hört, wenn man Dinge so macht, wie man sie berechnen kann, wie man sie sich anschauen kann, dann ist das schon sehr, sehr faszinierend. Wir müssen bei dieser Story der Woche jetzt aber leider, das tut mir furchtbar leid, nochmal den lieben Lars Naber erwähnen, Freund und Kollege von uns, Podcaster, der den Weltraum-Podcast auf Distanz betreibt. Den kann ich euch nur sehr, sehr empfehlen. Der führt da tolle Interviews, macht tolle Dokumentationen rund um das Thema Raumfahrt, nicht nur bemannt, sondern eben auch Satellitenmissionen. Das ist alles furchtbar spannend. Und Lars hatte mir in den letzten Tagen, als wir den Pilotflug von Ingenuity erlebt haben, dieses Titbit zukommen lassen, das mit dem Schnipsel von dem Flugzeug der Gebüter Wright. Und ich war gar nicht dazu gekommen, das Alexa zu erzählen, dass er mir das zugeleitet hat, indem er sagte, Alexa, guck mal, das machen wir als Story der Woche. Und das ist halt total witzig und das war also wirklich unabhängig voneinander. Das muss was bedeuten. Das muss was bedeuten. Also insofern nochmal eine Empfehlung für auf Distanz, wer nochmal Raumfahrt möchte. Und kommentiert bitte nochmal drunter, ob wir nochmal eine Space-Folge mal irgendwann wieder machen sollen in einiger Zeit. Man könnte sich jetzt natürlich nochmal die Post-Shuttle-Ära anschauen, wo wir jetzt plötzlich schick gekleidete Astronauten, den Touchscreen-betriebenen Star Trek-esken Raumschiffen, nämlich der Dragon Crew Capsule von SpaceX. Ein ganz neues Zeitalter der Raumfahrt, wo ich auch bis heute mir diese Starts, jetzt ja gerade vor wenigen Tagen auch der zweite Start einer Dragon Crew Kapsel, wo man so denkt, das ist doch jetzt Hollywood, das ist doch jetzt gar nicht. Mit elegant landenden Booster-Raketen, die dann wirklich so ballettartig dann wieder auf der Plattform ankommen. Inzwischen schon. Okay, das war nicht immer so. Oft genug runtergekracht und haben das Landesschiff beschädigt. Aber auch darüber könnte man sicherlich nochmal wieder irgendwann in absehbarer Zeit nicht sofort eine Sendung machen. Kommentiert mal, ob euch sowas interessiert oder vielleicht eine andere Ära der Raumfahrt. Dafür bin ich immer zu haben. Aber wir machen das dosiert, weil, wie gesagt, gute Raumfahrt-Podcasts machen andere Leute. Wir machen da lieber mal so Momentaufnahmen. Und ansonsten können wir im Grunde genommen nur sagen, vielen Dank erneut für eure Unterstützung, für die Treue, für die Menschen, die nachfragen, ob wir noch leben, weil es so lange keine Folge gegeben hat. Es ist im Moment einfach unfassbar viel zu tun. Aber allein jetzt die Aufnahme heute und die Recherche zu dieser Episode macht, das macht so viel Spaß. Wir kriegen die 300 noch voll und wir werden auch irgendwie den 11. Geburtstag am 8. Mai, der steht ja auch schon wieder vor der Tür, auch gut überleben. Dann gibt es Huxilla elf Jahre. Das ist alles ein bisschen unfassbar. Spätestens, wenn wir das Dutzend voll gemacht haben, müssen wir dann aber wirklich feiern. Tja, spätestens dann. Also 11. Geburtstag könnte noch knapp werden, aber wir lassen uns nochmal was einfallen, mit euch allen gemeinsam zu feiern. Ansonsten könnt ihr euch uns live immer Dienstagabend erleben im Ferngespräch, nach wie vor jede Woche auf Twitch. Das kostet auch im Grunde genommen nichts. Man kann natürlich ein Abo machen und den Kanal dort unterstützen. Muss aber auch nicht sein. Und die Ferngespräche werden auch jetzt ab nächsten Monat dann wieder ein bisschen regelmäßiger kommen, weil wir jetzt langsam wieder ein bisschen Luft haben für verschiedene Dinge. Und auch vielleicht hier nochmal erwähnt, es geht auch mit Huxilla die Serie voran. Das ist ein bisschen still gewesen, das liegt an ganz verschiedenen Gründen, aber auch da tut sich was und die Zahl 2021, ihr werdet 2021 was von Huxilla die Serie zu sehen bekommen. Wir können nicht sagen wo, wir können nicht sagen wann, das können und dürfen wir alles noch nicht sagen. Wir sagen auch noch nicht was. Wir sagen auch noch nicht was, aber es kommt was, definitiv. Und es wird auch, es wird was sein, was nicht zwei Sekunden ist, das können wir auch nochmal sagen. Also das alles mal so zum Ende und dann hören wir uns relativ bald wieder bei Huxilla. Ich habe skeptisch einen Podcast aus Hamburg. Bis dahin bleibt gesund, vor allen Dingen natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wird das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach. Durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-hoxilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.